muss da weiter vorantreiben der stream stirbt mit montagmorgen halber ins jünger kann es der erste mittels deinem und dankeschön im 8 20 der jaksa mal ausrechnen ja ich schreibe oder das kurs mit dem morgen dorka dankeschön für die wiese am 13 ist nicht finden was haben wir dafür symbole ich habe schon wieder verkauft hat denn für symbole dankeschön und hallo teddy schon wieder 75 gold ich habe mir gerade das rezept gekauft für strengung strinke in frank und konsti deshalb habe ich jetzt ein paar kräuter hallo und guten morgen und dacke für die wiese am 25 moin moin und henne fahren hallo und ume kis hallo und till hallo und wade hallo haben sie nicht arbeiten mit feiertag welcher tag ist seit montag ne welches rezept 24 stärke und 16 kunstig logisch oder irgendwie so das t4 rezept unter dem mit dings wann gibt es wieder gta könntest ich denke mal ende des monats wenn gta live aufmacht der nero dankeschön für die wiese am 53 alter kostet wurde dankeschön gta live macht auf jaja ende des monats day also laut aussage von dennis ne der projektglied wenn alles funktioniert und ich hoffe es gut tun da mittlerweile ist die szene ja verkorkst da ist immer alles zu und zu und zu koko bay macht ja auch ein projekt ist das ist das das nein mann der macht ein 5m projekt ohne whitelist alter gummo oh machst du denn wieder hardcore p oder sowas wie rohard und monte definier mal rp von rohard und monte hallo space pirate und hallo marvin na yoko aber habt ihr alle keine arbeit aber stay ich hab gehört du kommst auch hallo hallo urlaub muss gleich arbeiten oder student wenn live kommt dann muss lunch kommen klar ich bin halt echt am überlegen ob man das alte rp von damals weil ist ja quasi der erste server gewesen irgendwie auf irgendeine art und weise weiterführt aber ich glaube das funktioniert nicht weil wir können ja nicht dahin gehen und sagen jo wir haben damals hier einen staatsanwalt mit 150.000 leuten umgebracht und den ganzen quatsch ich denke mal überlegen was ich zuck als ob ich dir schon vier jahre lang folge als ob die rp seit damals schon so lange her ist das ist echt schon lange her vielleicht wird lunch ja auch ein gangcharakter aber du darfst ja keinen afro-marikaner spielen und das da kommt der see mit san tiger wieder um die ecke und sagt nein 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 virtuelles black facing by the way die leute haben den schuss noch nicht gehört alter und irgendwann identifiziert sich einer als drache jung und pisst dir ans bein weil du bei dungeon and drags ein lacher spielst oder so Junge, Junge, Junge he he Lentschinen wäre doch machbar streamst du heute Abend nochmal gehört das nei Hallo ich bin Meister des Dodgers warum sollst du heute Abend nochmal streamen ich fang jetzt an, damit ich bis abends streamen kann und nachher in Ruhe essen kann und chillen kann und so weil andere Uhrzeiten nach momentan nicht funktioniert mit dem super krassen MMORPG hier. Ich habe deinen Kopf schon auch ziemlich gefeiert. Bruder, ich sage dir ganz ehrlich, egal, was ich spiele, Alter. Die Leute, die wollen nur einen Charakter sehen. Und irgendwie will ich das auch. Ich glaube, das ist mein Lieblingscharakter. Das ist wie so ein Fluch. Bye, have a beautiful time. Und Eisley, danke für die Weezer beim 9. Guten Morgen. Ich will nur Curtis sehen. Aber das kränkt mich nicht mal, weil ich weiß, ich bin Curtis. Hoffentlich werde ich nicht gecancelt. Ich weiß gar nicht, ob GTA Live überhaupt noch ein Hardcore-Projekt ist. Ich weiß, keine Ahnung, ob es überhaupt heutzutage noch irgendwelche Hardcore-Projekte gibt wie damals. Ich mache der Grind, ich bin dabei. Was mir auf jeden Fall gefallen hat, ist so die RP-Richtung, wie wir auf Nifty gespielt haben. Also dieses, ähm, der hat doch schon eher Hardcore wieder. Aber je nachdem, was für Leute auf dem Server kommen, kann auch sein, wenn er das Gambo gibt. Das kann man ja heutzutage nicht mehr wissen. Und nicht vorausplanen. Aber ich habe mir gesagt, diesmal egal, was kommt, ich werde das einfach bespielen und ich werde mich nicht ausbremsen. Curtis, ich habe dir Einkaufslüsse geschickt, ne? Discord? Jo. Durch das Tiff. Kreuzgeflecht ist ja easy. Genau. Aber damit 20 mal los. Wir nehmen halt nur T5. Rohhaut ist auch easy zu farmen. Selber. Eisenherz auch. Eisenherz sowieso. Fasern. Fasern. Fasern wird böse. 162.000 brauchen wir davon. Muss wieder rote Gangs geben. Nifty war angenehm. Nifty war echt angenehm. Ja, das stimmt. Und viele Leute, geiles RP machen. Cooper muss auch wieder kommen. Ja, dann sag dem das. Ich glaube aber nicht, dass du Nummer 1 Server jemals füllen wirst mit, äh, mit sehr vielen Leuten, die Hardcore-RP machen wollen. Weil es gibt mittlerweile so viele Server, so viele unterschiedliche Server. Und die Leute, die damals gebündelt auf einem Server waren, wie notgedrungen, GTA Live. Oder dann nach Alternate. Hier sind jetzt, entweder, entweder haben die aufgehört oder hier sind alle verteilt. Auf irgendwelchen Projekten. Das passiert halt, wenn man zu viele Server aufmacht. Hallo, Pog1 und Fujitorax. Dankeschön für den Weezer beim 17. Ne, ne, ne. Mal gucken, wir werden sehen. Also Jack sagt, wir brauchen vier Stunden mit Arzt den Mann. Für was? Für alles. Ja, klar. Ist ja schon wieder eine Malbauer geraucht. Für 162.000 Fasern, vier Stunden. Das ist nicht viel, wenn wir uns aufteilen an verschiedenen Spots. Selbst wenn jeder 10.000 fahren würde, wäre das 100.000. Und das wäre noch nicht genug. Und ich habe gerade mal 7.000 gemacht. An dem besten Spot. Alleine fast. Das dauert ein bisschen. Ich würde mal so einen Tag einschätzen. Also nicht 24 Stunden, aber... Wir haben... Ich kann Tränke herstellen, die 600% mehr Ernte geben. 600, ja. Für wie lange? Für 15 Minuten. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn die Zeiten wieder anfangen und dich bald wieder im RP zu sehen. Welche Zeiten von damals? Die werden nie wieder kommen. Aber RP allgemein, jo, warum nicht? Wenn Server gut ist... Ich weiß ja nicht, was die davon... Aber wir werden das sehen. Oder ich kann nicht hell sehen. Wenn ich das könnte, würde ich Tipico spielen, Alter. Abwarten. Mir macht das nichts auch, solche Spiele zu spielen oder auf andere Spiele zu switchen. Selbst wenn das RP verrückte Menschen gibt. Aber ich will mir jetzt nicht so große Hoffnung machen und am Ende wird wieder komplett reingeschissen. weil dann ist wirklich Endstation Immortal RP. Dann kann ich da mit 500 kmh gegen Gewand fahren und alles beim Kegw im Chat. Ist aber auf GTA Live nur als Spiele unterwegs, oder? Ja, ja klar. Natürlich, natürlich, natürlich. Andere Spiele sind voll gut, hast du ja den Spaß? Und das ist die Hauptsache, das Team. Ja. Der Sprung ist aber sehr schwer. Ich meine, wir haben gerade halb eins und so. Der Sprung ist trotzdem sehr schwer. beziehungsweise die Überwindung, finde ich. Wenn du dich einmal darauf eingelassen hast, zu sagen, ab einem bestimmten Punkt, yo, stream ist jetzt mein Beruf, dann musst du natürlich gewisse Zahlen erfüllen. Ich meine, du kannst auch 200 Zuschauer haben und 5000 Subs, das geht alles, das habe ich auch alles schon gesehen. Da würde ich sagen, hast du gewisse Zahlen zu erfüllen. Hallo, Horibi. Und wenn du die nicht erreichst, dann kriegst du Arschwasser. Aber so ist das halt. Aber darauf hast du eh immer geschissen. Nicht ganz. Es gab auch eine Zeit, wo ich nicht drauf geschissen habe, ganz am Anfang, als alles neu für mich war. Wo der, in Anführungszeichen, Riesen-Hype da war. Da habe ich schon gedacht, boah, da bleibt für immer so vielleicht und bla bla. Oder da darfst du dich nicht verändern. Aber doch, tu das. Die Welt ist im stetigen Wandel. Menschen verändern sich, wenn älter. Und das ist nicht schlimm. Wenn nicht mehr läuft, mache ich Reaction-Streams und das läuter. Oder ich gehe Montesnipen. Hallo, Cameroon. Dann kommt erst die Cam, genau. Dann kommt erst die Cam. Dann kaufe ich mir bei Tom neue Seiten für die Gitarre. Dann wird Dings gespielt, Gitarre gespielt. Dann wird ein bisschen Trilala, Trilala. Aber ein erstes Niveau mit der PS-Server. Oder das hier ist, das ist absolut langweilig, was ich hier gerade mache. Aber das ist irgendwie, ne, allgemein. Schweine und so. Und Kräuter. Aber das ist irgendwie Balsam. Für das Gehirn und für die Seele. Ehrlich. Wenn man so lange RP zockt immer und sich aufregt und irgendwie eine Nähe zu der Szene hat und das beobachtet, bist du depressiv. Du kannst nichts anderes werden als depressiv. Und ganz am Ende kommen die Hottypes-Veams. Ach, die sind doch schon gar nicht mehr modern. Oder? Hallo, Big Smile. Am Ende hast du noch Mila. Alles gut. Wenn es nicht mehr läuft, dann kommen die einfach mit streamen. Na, die streamt doch. Aber ich meine, so richtig. Achso, so richtig mit Dings. Ja, ja. Richtig so. Whiteboard für Zaps, bitte. Hallo, Kalle. Ja, ja, richtig. Grüß dich, du Verbrecher. Kalle, Klemmerle, MC. Ja, ja, ja. Hast du deinen Namen geändert? Und danke für den Recept im Siebten. Warte mal, welcher Kalle? Kalle von GTA Live? Hallo, Dakota? Bam. Hallo, Michu. Gumo. Na, der Kalle. Ja, welcher Kalle? Es gibt Dakota, ja. Ich wollte gerade sagen, es gibt für mich nur einen Kalle. Und das ist der Kalle von GTA Live mit Dakota. Das geht, mein Freund. Hört es? Ja, Teichente. Wie kann ich dir helfen, mein Freund? Kann ich ja mal so vergessen. Mila hat gehört. Scheiße. Nein, Mila macht ihre kleinen Horror-Streams. Das ist alles gut. Noch, noch. Ach, noch. Ich werde einfach Bauchtänzer. Ach, komm. Die Zeit ist vorbei. Ich gehe wieder zurück ins Dings. Vielleicht sage ich jetzt nicht. Jo, alles fit soweit. Viel Arbeit und keine Zeit mehr zu zocken. Schade. Gar keine Zeit mehr. Nicht mal so ein bisschen. Du bist ja auch schon alt, ne, Kalle? Wir sind alle alt. Ich bin schon 31, Alter. 31 schon. Ja, hör auf, Junge. Ich kriege Midlife-Crisis. Ich sage, in neun Jahren ist es vorbei. Der muss Mila einspringen. Ist einfach so. Ich sitze dann daneben, so immer halb am Einschlafen. Ja. Mit so einem riesen Glas Eistee, Alter. Du kriegst gar nichts mehr hier. 31 ist doch nicht alt. Ich bin jetzt 47. Er ist 31 schon alt. Bro, in meinem Viertel kannst du froh sein, wenn du 31 wirst. Nein, Spaß. Das ist doch immer nur so alt, wie man sich fühlt, oder? Ah, ich weiß nicht. Ich sage ja immer wieder, alt bist du dann, wenn du aufstehst und Männergeräusche machst und dich hinsetzt. Kennst du das? Klar kennst du das. Du setzt dich, du gehst hin und du legst dich ins Bett und dann machst du... Ja, genau. Wenn der Lücken schmerzt. Ja, ja, dann bist du alt. Bier knacken. Ich weiß nicht mehr, wohin. Dann bist du echt alt. Aber dieses Stöhnen, wenn du dich hinsetzt, das ist aber auch so... Das fühlt sich voll gut an. Das ist wie Augenrein, wie in den Augen jucken. So, ah, das musst du einfach raus, Alter. Verdammt, da bin ich aber auch schon lange alt. Ach, Quatsch. Wir sind alles noch jung. Wir sind alle noch jung. Ich bin 23, mein Rückenschmerz hat. Kommt davon, weil du 24,7 vom PC hängst wie Gollum. Grüße, Timmer. Fuck, hab ich wieder Danke vorgelesen? Danke, Bruder. Danke, Schüpfel, der WeSub im 21. Ich hab's schon wieder vergessen, Mann. Was sind denn das für komische Symbole jetzt bei Stream-Elements hier? Jeder Sub hat so ein komisches Symbol. Was glaubt, Kifi, Kifi. Hallo, halbe Tasse Kaffee. Bye, have a beautiful time. Und Zeck, vielen lieben Dank für den WeSub im 21. mit Kekosch Love. Vielleicht gibt's Twitter-Longer. Macht sechs, danke, Schüpfel, den WeSub im 36. Und guten Morgen. Guten Morgen, Alter. Ein Uhr gleich. Tweeptäter. Bye, have a beautiful time. Tabasco Dude, Dankeschön für den WeSub im 16. Grüße. Oh, Dexter's Knutschi. Ey, ey, ey. Seht aber wild hier. Hallo, Mila übrigens. Schön, dass die sich auch mal meldet. Was ist die eigentlich? Jetzt ist es aufgestanden? Boah, was. Weiß nicht, ob doch jetzt. Doch, du bist dies gerade jetzt aufgestanden. Und was geht so ein bisschen haves Dingle, wir haben nur was. Wir versuchen jetzt, Amos Smith den Jamar zu pushen. Für die Gilde, ne? Ja, für die Gilde halt, ne? Ich hab doch eine geschriebene Vogel. Wo? Oh mein Gott. Was ist das denn für ein Bild? Hab ich nicht gesehen. Tut mir leid. Was braucht der denn? Wir brauchen vor allem sehr, sehr viel Hanf. Also Faser. Ich schicke mal die Einkaufsliste in den Chat. Und zwar 162.000 oder so. Das ist nicht viel, wenn viele Leute mithelfen. Aber wir haben ja hunderttausende Gildenkasse. Wir können auch einkaufen gehen. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Und ich bin auch fleißig mit dem Gold. Junge, sag doch was. Gestern 3K-Line. Ja, wir haben das heute erst geklärt. Hallo Lars, guten Morgen. Da müssen aber alle mithelfen. Wahrscheinlich. Ja. Wir müssen gucken. Ist ein bisschen organisatorisch hier. Wenn jeder so 10.000 beisteuern würde, also an Leinen, dann jeder schnell. 100k nur. Wir haben genau 100k. Da hat irgendeiner 2.000 rausgenommen. Oder? Da waren 102.000 drin. Ich weiß, ich habe 2.000 noch rausgenommen. Für? Barsam. Sag mal, hat das bei dich oder was? Ich möchte. Aber Target-Limit ist nur auf 100 Gold nur. Hast du wirklich rausgenommen? Ja, klar. Okay. Steuererhöhung für Timmermus her. Du kommst bitte an 33k Gold. Ich bin irgendwie Dauerpleite. Du musst halt Sachen finden, die sich lohnen zu farmen und zu verticken. Und du musst Glück haben, dass jemand kommt. Weil ich habe beim Farmen so eine Art Blueprint für einen Legendary-Bogen gefunden. Der war an dem Abend drinne für, ich glaube, 20k und ich habe nicht geguckt, wie teuer der in anderen Auktionshäusern ist und habe mir einfach gedacht, weißt du was, scheiß drauf, ich mache einfach für 18k rein. Und nächsten Tag waren die drinne für 1800 und so und irgendeiner hat den für 18k gekauft, aus Versehen. Wie kommt es, dass du online bist? Damit ich heute Abend nicht streamen muss und essen kann mit Familie und so. Weil wenn ich mittags online komme, dann bin ich abends noch am Computer und am Zocken und am Stream und das passt von der Zeit nicht her. und warum bist du online, Lars Palmer? Wir sind auch deine Familie. Ei, ei. Gib Geld! Das ist halt asozial, Alter. Komm, wenn ich das nur als Scherz sage, das fühlt sich so ekelhaft an. Wir müssen da hin. Okay. Der ist 175 schon in Armoring. Deshalb lohnt sich das Audit noch auf 200 zu pushen. Und dieses Gier dafür zu kaufen. Und alles andere. Weil der kann dann einfach 590er bis 600er Itemlevel Sachen herstellen. wenn wir den Metz bringen. Und hallo Croxen. Sind wir für die 4 Euro nicht deine Brüder? Dann lohnt sich der jetzt nicht mehr auf. Oder für 4 Euro bist du meine Mutter, Alter. Und Papa. Ja. Wo ist Taschengeld? Das stimmt. Wo ist Taschengeld? Das ist auch die Woche. Ich habe mir extra Cola gekauft und Chips und jetzt kommst du nicht weil du krank bist. Ich will aber dass du kommst auch wenn du krank bist. Das sind mir die 10 Euro nicht mehr wert. Ich darf es nicht krank sein. Bye. Have a beautiful time. Danke schön für die Wies ab dem 36. Okay, dann räum dein Zimmer auf. M-m. Mach ich nicht. Touché. Touché. Das ist doch bestimmt so einer der in Real Life sagt Dito. Darf man das heutzutage nur sagen Dito? Oder ist das irgendwie Harassment gegen Pokémon? Hör auf jetzt. Man muss aufpassen, Alter. Man muss aufpassen was man sagt. Das gibt Ärger. Wollte nur trollen. Küsst doch dein Herz. Die tun ergo. Danke schön für den gifte Zappern. Koro. Die alte Koro-Lade. Merci. Oh, man geht richtig. Die will nur Steier hochpushen, damit die mich einknasten kann. Ich kenne deren Tricks. Morgon Canceled auf Twitter. Ich cancel sowieso schon alle. Wer will mich zerstören? Wie willst du etwas zerstören, was kein Leben hat? Könntest du schon wach? Hallo, Rex ist ja. Ich bin schon wach. Nö, der klaut wieder mein Brokkoli, Alter. Es lohnt sich einfach nicht zu spielen. Du musst nachts online kommen. Oder morgen. Also eine morgens. War es auch gut. Diese verdammten Leute, die noch mehr reinsuchten als ich. Hallo, Alex. Ich trinke keinen Kaffee, ne? Ekelhaft. Ich bin so, Ruhe da unten. Hör mal. Hör, hör. Gleich komm, ich ruhe nach. Vagira ärgert wieder die Hunde. Unfollowed. Nicht schlimm. Ich mach, glaube ich, am Tag so 16 Unfollows. Nennt man das so? Wegen New World. Weil die Leute so da sitzen und denken, keine P, nicht mit mir. Unfollowed. Und wenn du RP wieder zackst, vollern die wieder rein. Warum war mein Follow denn weg? Oh, ich liebe es. Erstmal reinzappen. Oh, da kommt die. Oh, Kurt ist mein bester Freund. Oh, ich find das so toll, dass du wieder RP spielst. Gummo. Gummo. Nö, ich versteh das. Das ist alles fein. Nein, ich mach da gerne drüber Witze, aber im Prinzip ist es absolut fein. Weil, das hab ich schon hunderttausend Mal gesagt, ne? Kennt man ja. Wenn ich ProSieben guck, was ich sowieso nicht tue, aber als Beispiel jetzt, und da läuft TV total, dann guck ich mir das an und kommt da Grey's Anatomy, wenn das überhaupt nur läuft, schalte ich um, weil das gefällt mir einfach nicht. die Leute entscheiden, was die gucken möchten. Und das ist absolut fein. Wer bin ich denn, als jemand, der irgendwas spielt, den Leuten zu bestimmen, was die gucken sollen? Gürtis. Ja, aber, hä? Das ergibt keinen Sinn. Ich würde mir wahrscheinlich selber nicht bei meinem Menü woher zugucken. Obwohl ich schon echt knorke bin. Du hast 2021 noch nicht mehr an das Kusch geguckt? Mann, Bildungslücke, Alter. Leon. Ja, was los? Ich krieg dir kurz Einkaufsliste. Okay. Wer ist noch der Wunkel? Und Meister, was sagt der Angelskill? Auf Kehle, größer Fan. Äh, wot du? Ich hab mal ein Vollert, als ich gebannt wurde. Warum? Ja, wenn du gebannt wurdest, dann zurecht. 96. Ui. Hier läuft einer in-game rum, einfach halbe Weezy. Der heißt, sein Charakter heißt Wiener Blut, Alter. Ja, wo? Er rastet komplett aus, Junge. Du bist ja honest, ich gucke das hier nicht wegen dem Game. Ich gucke an Steamer, weil ich sie einfach mag. Ja, die Leute gibt's natürlich auch. So bin ich ja auch. Wenn ich mir angucke beim Shroud, der trotzdem irgendwie 30.000 Zuschauer hat und er spielt New World und das Einzige, weil er macht es komplett nur Craften und Farmen und ab und zu mal einen Krieg, Alter. Wie viele Leute da reinhaten, ne? Weil der einfach das spielt, worauf er Lust hat. Das ist... Die Kuh so, hallo? Ich verstehe gar nichts in den Games, das ist doch trotzdem lustig, ja. Im Prinzip geht es auch gerade nur darum, dass wir hier einen Müll labern wie heißt der Wiener Blut? Das ist doch sicher Stritzi. Ich bin eine Ahnung, wie der heißt. Das ist dein Charakter. Hallo, Lexi. Humu. Leon. Was ist los? Was ist los? Das ist hier einfach nur just chatting mit dem anderen Bild. Wie hoch hast du das? Also, was, was? Was? Wie hoch? Äh, 132. Ah. 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 Ja, dann bist du auch eingeteilt für Fasern. Den Leuten fehlt das gewohnte Armprogramm dann. Ja, ich kann, ich verstehe halt voll und ganz, alles gut. Hallo Vater, lange nicht von dir gehört. Kannst du bitte mein Internet ausmachen? Was? Was? Der Jamar schickt mich arbeiten. Ach so. Tschüss, Karne, viel Spaß, lass dich nicht ärgern. Auf Arbeit. Also entweder machst du Rohhaut, Eisenerz oder die Fasern. Wofür ist das? Das ist für 200er Rüstungsschmied. Was dir noch fehlt oder was? Genau. Dann kann ich uns alle schöne Rüstung Die Leute im Chat haben aber schon doch geändert, als der Wirbel gezockt hat. Das ist nichts Neues bei ihm. Ja. Ich habe den Chat eingeblendet gehabt und ich dachte mir so, weil ich gucke auch gerne. Ich dachte mir so, wow, Alter. Er wurde richtig gehatet dafür, dass er keine FPS-Games stockt. Und er sitzt da einfach so in seinen zwölf Stunden, wo er streamt, guckt er eh nur gefühlt zwei Minuten maximal auf dem Chat in der ganzen Zeit. Das juckt ihn überhaupt gar nicht. Bruder, wo ist mein Chicken in the Corn hier, Alter? Die klauen mir alles, Mann. Ich merke aber auch, dass sie aktuell nichts sagen, dass Kuckaus gehört ist oder irgendwo aus der Bubble. Ja, du bist ja irgendwo auch Teil davon, Timor, ne? Ja, aber bei ihm ist das so egal. Er zockt halt das, was ihm Spaß macht. Klar ist das denn egal. So muss das ja auch sein. Egal, ne, wie groß du bist. Du machst das, worauf du Bock hast. Na klar gibt's schlechte Business-Entscheidungen. Ich nenne das einfach mal so. Aber jo. Muss halt dann damit leben. Immer ist Teil der Schiff, Teil der Crew. Ich glaub, es lohnt sich nicht mehr zu fahren. Ich glaub, dass er das ist. Ich glaub, dass er das ist. dass er das ist. Er hat ja auch sein Team mit dem er zu... Also seine Gruppe, ne? Deshalb kann er auch sowas spielen. Wenn er Solo unterwegs wäre, hat er richtige Probleme. Wie der Kollege hier. Oder gehst du einfach hin und dann... Buff. Fahr mal auch nur morgens mit einem Auge zu. Weil anders kannst du auch nicht machen, bin ich ehrlich. Was musst du jetzt sammeln für die Crew? Kann ich dir sagen. Wir brauchen über 20.000 Drahtfasern. Das kann... Ich glaube nur Jamal und ich gerade farmen. Genau. Dann brauchen wir 30.000 Seidenfäden, Alter. Genau, Jamal und ich nur, glaube ich... Ab 150 kann man da... 162.000 Fasern, Alter. 17.000 Kreuzgeflecht, das ist easy. 10.000 Rohhaut ist auch easy. Und 2.500 Eisenhäuser ist auch easy. Die Fasern hier, dafür brauchen wir 162.000. Und dann müssen wir mit... 10, 15 Mann farmen gehen. Für ein paar Stunden. Ich sag dir, wie es ist. Drahtfasern und Seidenfäden, das wird das Schlimmste. Weil die gibt es nicht so in Massen, wie es die Fasern gibt. Was habt ihr denn damit vor? Wir wollen Amosmuth, also Rüstungsschmied. Den Beruf. Wie die gilt auf 200 Fasern. Mit Jamal. Damit er Rüstung herstellen kann. Für alle. Wie Metzern. Später dann. Oder jetzt schon. 161 Harvesting. Was soll ich ihnen bringen? Fasern, Bruder. Fasern, Fasern, Fasern. Ich glaube, ich habe jetzt auch fast 10.000 schon geholt. Aber ich glaube, wenn ich jetzt zum Spot gehe, ist alles überfarmt. Aber wir gucken mal. Vielleicht drehe ich noch eine Runde. Wir haben hier nichts zu tun. Wir chillen ein bisschen. PvP ist deaktiviert. Kriege machen wir gerade nicht. Die Leute müssen erst mal 60 werden. Man muss sich erst mal mit dem Spiel befassen. Das ist cool. Wir haben hier nichts zu tun. Wo gehst du denn gerade hin? Also wo ist dein Spot? Ja, der normale Spot, den jeder kennt. Da, wo mein Spot ist? Ja, ja. Ei. Aber ist doch egal. Wir farben doch zusammen. Wenn du was kriegst, wird doch alles in den gleichen Spot geworfen. Aber wenn wir zu zweit da sind, übernehmen wir mehrere Spots und vertreiben die anderen. You know what I mean. Eigentlich müssten wir mit 15 Leuten dahin gehen und alle Spots einnehmen. Ist das Game eigentlich eher offen für Modding? Überhaupt gar nicht. Es gibt eine Mod. Und jetzt komm ich... Äh, wahrscheinlich jetzt nicht, wenn du noch früh bist. Es gibt eine Mod von Overwolf. Beziehungsweise Overwolf hat eine Mod drinnen. Damit hast du eine Minimap. Das ist momentan noch umstritten. Aber es gibt offizielle Statements von New World, dass die sagen, okay, wer diese Overwolf-Map benutzt, wird auf jeden Fall bisher nicht gebannt. Wir sind intern noch am diskutieren, ob wir das verbieten oder nicht. Und sonst gibt's Hacks nun, glaub ich. Hallo, Stan. Sie, mir geht's gut. Schau dir auch. Ich bin grad mal Level 52. Ich muss die alleine gezockt, weil unsere Kompanien alle so weit auseinander sind. Ja, das ist es halt, ne? Bei uns wird jeden Tag, glaub ich, einer 60 mittlerweile. Ah, die ganze Truhe hier auch schon wieder voll, Alter. Ich weiß nicht, wohin mit dem Stuff. Das war mir klar. Hm, 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 hm. Wenn du die verarbeitest, Kürtis, dann werden die leichter, ne? Ja, aber was soll ich die verarbeiten? Dann brauchst du Seide? Seidenfäden? Krieg ich ne Antwort? Ja, ich schau doch gerade nach. Chill doch. Ja, du brauchst 162.000 Fasern. Für was? Für die Seidenfäden wahrscheinlich? Nein. Wir müssen daraus, äh, Crosswave bauen. Nein, Crosswave ist das Kreuzstich. Das ist das, was du aus der Kiste bekommst. Erst musst du Leinen bauen. Dann Satin. Ja, und aus den Satinen machst du Seide. Aus der Seide machst du dann den letzten Part. Bruder, du musst das wissen, Alter. Guck nach, was du im Endeffekt beim Endprodukt brauchst. Aber ist das ne Mod, ist doch eigentlich einfach nur ein Overlay, was über dem Spiel liegt, oder? Ja. Aber es ist trotzdem halt ne Mod, also Overlay für das Spiel, ne? Ist ja ne Modifikation. Quasi. Du musst mir sagen, welches Endprodukt du brauchst. Servus. Servus. Es gibt verschiedene Minimaps immer. Aber keine davon liest irgendwie den Rahmenspeicher aus. Aber es gibt Minimaps, die greifen auf irgendeine API zu. Und bei Overwolf ist das irgendwie anders. Du musst Leinen herstellen. Leinen. Leinen. Daraus musst du dann Satin herstellen. Leinen. Und daraus dann Seide machen. Und du brauchst, Endprodukt ist Seide, was du brauchst. Ich werde noch gerade getippt. Hä? Und daraus dann Infused Silk machen. Das heißt, warte. Nein, warte mal kurz. Ja. Was willst du denn? Behandelte Seide ist das Endprodukt. Dieses I-Thema, du herstellst. Was brauchst du dafür? Ach, das willst du wissen. Was man da für einen... Okay. Ja, das Endprodukt. Was sind die Endmaps? Wir fahren doch jetzt keine Fasern, um daraus Seide zu machen und so. Und dann Infused Seide zu machen. Du musst behandelte Seide herstellen. Und die brauchst du für diese Handschuhe zum Herstellen. Ja. Behandelte Seide. Das ist das, was wir aus den Fasern machen müssen. Also mach ich Leinen. Also soweit ich kann, ne? Gehle ich das hoch. Und dann könnte ich jetzt Santan machen. Kann ich nicht. Muss ich abbrechen? Okay, könnte ich aber. Und ich könnte auch Seidenstoff machen. Ja, ja. Du machst Seidenstoff, weil aus dem Seidenstoff machst du dann ja... Ach, das kannst du noch gar nicht. Ach, das kannst du noch gar nicht. Ach, das kannst du noch gar nicht. Doch, doch, doch. Ne, Infused kann ich noch nicht. Genau. Aber ich bin 118 schon. Aber wenn ich jetzt die ganze Zeit Leinen herstelle, kann ich das irgendwann. Genau. Ja, ja, I understand, okay. Okay. Und dann am Ende kommt Behandelte Seide raus. Und die brauchen wir am Ende. Und die brauchst du für das Item zum Craften. Genau. Also ich hab's mir gestern mal angeschaut und viele Folgen gelesen, auch die Einträge von dem Entwickler der Minimap. Die sind auf jeden Fall mit den Boys geschrieben und deren Aussage ist, dass es nicht gegen The Call of Conduct in the Terms of... ...da bespricht. Ja, momentan ist das auch noch nicht. Die sind aber momentan am Quatschen mit Overwolf, ob die das verbieten. Also intern oder nicht. Und bitte mach das nur mit T5, Mats. Also T5 kreuzstich. Ja, ja, sowieso, Mann. Das ist der Billigste. Ich sag's dir nur noch. Nichts anderes. Auch der Rest, ne? Wenn jemand das verarbeiten möchte, benutzt bitte nur T5-Sachen. Weil... Die sollen einfach dir die Fasern geben. Wo ist das scheiß Problem? Ja, gib mir einfach die Fasern. Einfach Fasern zu Jamal bringen. Das ist aber ein anderer Schuh, Timmer. War das ein anderer Schuh, Ömikis? Hallo. Die Guru. Easy, easy. Der Finn ist 200 Fishing. Alles fit, ja. Und selber. Und selber. Ich glaub, das hier ist ein Angebot. Wie kann man das nochmal machen? Du willst den reindrücken, ne? Ja, ja. Wie ging das nochmal? Kann ich dir gar nicht sagen. Habe ich nie gemacht. Du kannst nicht mehr in den reinlaufen. Das geht gar nicht. Ich weiß nicht mehr, wie das funktioniert. Oh, bei dem Namen ist das safe. Ein Angelbot, ja. Bist du auch grad Fasern am Farm? Ich war grad auf der Map, die du mir geschickt hast. Wo ich diese Drahtfasern herkriege und so. Richtig viele davon. Braucht ihr auch Leder? Wir brauchen kein Leder. Was? Wir brauchen... Ja doch, aber 10.000, das ist gar nichts. Ich wollte gerade sagen, Rohleder brauchen wir. Das ist... 10.000 ist nichts. Das machst du in einer Stunde. Ich glaube, Bodyplug ist deaktiviert beim Fischen. Achso, Jack hat geschrieben, du musst dich hinlegen, aufstehen, Waffe wegstecken. Oh. Dann kannst du den schieben. Lass nochmal. Hinlegen und aufstehen, Waffe wegstecken und dann kannst du den schieben. Hat Jack geschrieben. Der ist gut. So, oder was? Also hinlegen, aufstehen, Waffe wegstecken. Ach, ist mir egal, Junge. Scheiß auf den. Was geht abtrappen? Auch alles okay. Das ist gut. Das ist nicht mein Problem. Hallo, Bisse. Humo. Ich glaube, Enter-Messer-Riff gibt es ganz viele blaue, ne? Ja, ich schaue gerade mal. Dann habe ich einen entspannten Stream für nebenbei gefunden. Oh, Homeoffice kann entspannt sein. Ich müsste mir eigentlich ein Eurekalkum-Dings kaufen. Mit guten Perks. Wo man irgendwie 18% mehr Stuff bekommt. Ja, ich bräuchte nur 5 Punkte, könnte ich die herstellen. Keim kann die doch herstellen, damit du jetzt arbeiten, ne? Ja. Heute Abend. Hallo, Nate. Ich bin leider krankheitsbedingt nach Hause geschickt worden, aber echt cool, dass meine Firma so das unterstützt. Meine Ausbildung hat mir sogar persönlich den Arbeits-Laptop gebracht. Das ist cool. Hallo, Igne. Hallo, Smitty. Du sollst auf ihn rumzutrollen, du sollst farmen. Wo troll ich denn rum, Junge? Von wem? Von Jack. Shut the fuck up, Junge. Fand du mal lieber mit. Echt mal, Jack? Fand mal lieber mit. Ja. 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 Kleiner Troll. Troll. Du auch, Edel. Du bist auch ein Troll. Machen wir mal ein bisschen. Ja, eigentlich könnte ich, weißt du was? Hm, 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 hm. Ja. Ich mein, New World VOD guckt sich, glaub ich, eh keiner an. Können wir auch ein bisschen Mucke anmachen. Was hören wir denn mal? Das schreibt Support von New World zu dem Mini-Mobile-Forum. Ja, die haben aber verschiedene Aussagen gegeben. Bezweifeln, dass ich das wieder anschaut. Ja. Ja, ich spüre diesen Hass förmlich, Alter. Faser-Fan-Route bei Hermit-Trainer war fast leer aktuell. Let's go, Junge. Meinst du fast leer mit Fasern oder fast leer mit Spielern? Das ist eher Schüsse im Netz. Mal schauen, wie lange sie für den Outpost-Rush brauchen. Wollte ich auch mal spielen, aber ist ja deaktiviert momentan. Ja, wir müssen den Shit hier übernehmen, Junge. Ja. Unsere Fasern. Boah, hier ist überall. Bist du auch hier, Jamal? Lass uns so erstmal auf eine Sache konzentrieren. Das ist so dumm. Aber hier verbrauchen wir am meisten. Eins noch im Angeln. Wir schicken den Gyphy-Leder-Farm an seinem Spot. Guck mal, jetzt wird der gehauen. Und jetzt nehme ich seine Faser. Dankeschön. Der soll leveln, Alter, anstatt unsere Fasern zu klonen. Ja, aber Leder, das brauchen wir nur 10.000. Das geht recht fix. Eine Stunde oder so. Ja. Genau wie das Erz ist auch ziemlich fix. Fasern brauchen wir halt. Zu viel. Oh, das heißt irgendwas mit, ähm... Irgendwann mit... Das ist ganz oben, wenn du unter Rezepte kustest. Irgendwann mit Gnu. Dafür brauchst du einen legendären Fisch. Irgendwann mit Gnu. Gnu oder so. Das ist eins der ersten Rezepte von Stärke. Ja, ja. Wo bekomme ich denn Alligators her? Ja, überleg mal, Edel. Wo gibt's Alligatoren? Ja, in was für einem Wasser denn? Im Gasthaus. Boah, ich hab keinen Bock auf die alte Kamellen hier. Warte mal. Florida. Im Zoo. Ja. Wenn wir mit zwei, drei Leuten hier rumrennen, dann kriegen wir alles wahrscheinlich. Ja, komm lieber jeden. Bitte nicht drüber lustig machen. So schon seit drei Tagen. Das ist ja schon wieder fast tausend, ne? Du warst gestern im Duisburger Zoo. Da gibt es keine Krokodile, aber bei Zuzaya gibt es welche. Also kleine Alligatoren, Krokodile. Das ist nicht. 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 Wird Zeit für Server-Tanz. Nächste Woche. Laut offiziellen bla bla bla. Kommst du zu uns, Tony? Also das wäre natürlich ein Plus für die Gilde, wenn der Tony da ist. Der Tony farmt gerne. Das ist der beste. Wo ist denn der Space Pirate hier? Mein Kampf. Spice gebrochener Kampf. Ganz viel. 162.000. Ich denke schon, aber hier werden wir mal gucken. Was ist er da? Boah. Fritten habe ich noch nie gegessen. Da gibt es einen besseren Laden. Direkt in der Nähe. Äh, Hühnerstall heißt der. Der ist echt komplett in der Nähe. Da musst du Fritten essen gehen. Beste. Lagbiti, komm online. Wir müssen Dings farmen. Wir brauchen Fasern. Ja. Ja. Danke, da werde ich die Tage mal hingehen. Wenn du guten Döner essen willst, Ojak Bazi. Heute in der Straße. Duisburg noch Müll. Und daneben an ist Dreck Greco. Guter Griecher. Schmeckt sehr, sehr lecker. Hast du einen Level-Tipp, wenn man nicht viel Zeit hat? Aktuell Level 39. Townboards. In jeder Stadt gibt es einen Board, wo man Quests annehmen kann. Da musst du meistens immer nur so irgendwas herstellen oder zwölf Dings töten. Wölfe und so. Die nimmst du in drei, vier verschiedenen Städten an. Machst die und dann gibst du die ab. Kommst du aus Duisburg? Ja, ich komme aus Duisburg. Represent, Bruder. Ich habe Material im Lager für 70, 80K. Wenn du das verticken würdest, meinst du? Bist du, der Toni ist im Farmtier, Alter. Brauchen wir Fasern? Dann kann das schon zu leihen oder was auch immer verarbeitet werden. Kann auch zu leihen verarbeitet werden, allerdings mit dem T5-Dings, kreuzig. Oder gib Jamadi und der verarbeitet die weiter. Represent, vier, fünf. Vier, sieben, Bruder. Vier, sieben. Ja. 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 Du kriegst du das Harvest-Ding auf 200. Wunderschön hier. Also, Jamal, wenn du herkommst, kriegen wir hier, glaube ich, alles, weil hier ist gerade keiner. Okay. Also, wieso? Ja. Können wir zu WhatsApp? Grüß, Mila. Hab ich schon abgeschickt, Oma. Kann sein, ob Mila noch den Chat aufhört. Müssen wir eben das Portal hier machen. Ja. 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 Hallo, Bömpoli. Mila-Mong-Nida. Ja. du. Hallo. 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 Hallo Chris Und Yoshi Mitou Dankeschön für den Weezer beim achten Mit Keiko schreib Merci Nie Glück Junge bei diesen Kackpflanzen Ich kauf mir gleich zwei neue Häuser nachher Und pumpe die auch nochmal mit Trophys voll Was kostet das Haus? 5.000 kleine, ne? Schau mal Ja mit Gutscheinen 2.500 Ja, das ist okay Ich investiere die 5k Für noch mehr Trophys Irgendwann baust du das eh Ja, ja, hab ich Winsword hab ich noch Und Königsbumsdings auch Obwohl ich Lichtholz Ah, Lichtholz bin ich auch glaube ich schon 10 Ich brauch da einen wegen den High-Level-Gebieten Sobald du in dem Gebiet Level 10 erreicht hast immer Kommt mir mal mehr durch hier vor ihm 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 Mach du. Das ist ganz egal, in welche Richtung wir laufen. Mittlerweile haben wir jetzt so viel Competition gerade her. Lohnt sich gar nicht mehr. Für uns. Besser denn, wir werden mehr. Und können die abfacken. Es gibt keinen Gutschein. Selbst da drüben ist alles abgefarmt. Kamil ist eigentlich ein New World-Spieler immer noch nicht. Gibt es hier für 52% auf Gucci-Touch von Jamal? Nee. 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 Geh mal da hin Neh, weil alles mit was geht Neh, weil alles mit was geht Das wäre geil, wenn die im Shop einen Lowrider reinbringen könnten So Lowrider Mount Oder hier ist nix mehr Wo du mit Füßen bremsen musst Das wäre geil, Junge, Alter Ja, finde ich auch, Tim Obwohl, da bedeuten würde, dass wir echt Geld ausgeben müssten Für so Skins im Shop Das macht Guild Wars sehr gut Wollen die? Mit XP Boost und so Ja, aber das finde ich nicht so schlimm Prapla, danke schön für die Wüste am fünften Oh je Warum denn, oh je Und Sergeant Obi, danke schön für die Wüste am neunten Warum denn, oh je Wer das mit den Berufen Ist doch cool Wenn die jetzt keine 20 Euro kosten Man, in welchem Spiel heutzutage Musst du denn kein Geld ausgeben It's my real talk Selbst im WoW Ja, aber das sind nur so Kosmetik-Sachen bisher Ach, XP Boost Junge Ja, das stimmt immer Das Transmonksystem in dem Spiel ist absoluter Trash, Junge Find ich auch, hey, Turman wird das erst, wenn irgendwie du mehr Schaden machst oder so Durch gekauftes Geld Das juckt mich da Bis die nächstes Jahr das raus Sagen wir mal, wir zocken das aktiv weiter, ja Bis die das rausbringen So, das juckt dich dann eh nicht mehr Außerdem ist das Spiel sehr Außerdem ist das Spiel so eher so auf die Gilde ausgelegt Wenn die Gilde zusammen, also ne, Gilde zusammenhält Kannst du eigentlich alles erreichen Und zwar sehr schnell Eklig wird's für Solospieler Ich hoffe Das ist Alpha, Junge Wo soll ich denn die Fibers hinbringen Mauli zum Jammer Oh, jetzt verpissen die sich alle Glaub ich Ich lohne lange nicht Ich hab 1400er Platz, Alter Wir brauchen mehr Leute hier Damit die nix kriegen Damit die abhauen Ja, ja klar Ja, ja klar Hier war doch grad noch was Ach du Dann denk ich der Typ wieder rum In der Hildenwerbung Glaub ich nicht, dass die so schnell sind Oma, ich soll dir schöne Grüße zurückbestellen Meinst du nicht, dass es schlauer vielleicht ist Erd zu farmen Das zu verticken Und von der Kohle dann Dings zu kaufen Nee, oder Weiß nicht Iron Ore Iron Ore Ich kenn zwei Wundervoll Wundervoll Ja, stimmt auch wieder Also ich hab 2500 wieder Hier sind locker so 20, 30 Spots Eigentlich musst du alles abdenken Dass du permanent den Respawn Den du mal farmen kannst Weißt du? Ja Ja Ich hab mal Ich hab rein オh Nie Glück Ich hab die fünfmal bekommen Und der Davide, Dankeschön für Luisa Am 13. mit Kekosch Dance Das geht Gummo Oder Gummi Ist ja schon Gummi, ne? Ich hab die fünfmal bekommen Essen gehen kann Und alles Ich sitz jetzt hier nicht zwölf Stunden und farm die ganze Zeit Fasern Junge Geh nix Dann nehm ich lieber die hunderttausend von der Gildenbank und kauf Den ganzen Scheiß, Alter Hier vorhin her geht er zu essen Nein, ich mein so Dings-Mittagessen Normal so Bei uns ist dann Mittagessen um der Zeit, okay? Ja, was soll ich machen? Ewig Warum nicht? Mach schon mal noch täglich zwölf Stunden farm Nee, der fahrt nicht zwölf Stunden Irre Junge Erbisch Und Torpsen, Dankeschön für den Resub im 29. Monat Und Gummo Ach, bei Stream-Elements werden jetzt die Avatare von den Kanälen angezeigt Das sind die komischen Icons, die ich meinte Wir fahren hier Das Gebiet Servus, Vanilla Hallo, Mauli Ganz vergessen, Bruder In 11 Tagen geht's doch los bei dem Live-Server Geht doch schneller, als gedacht Ist aber nicht zu 100% bestätigt, ne? Dennis, also Projektleiter, meinte, wenn alles funktioniert Einfach mal gucken Der Server muss sich auch erst mal aufbauen Ich werd da bestimmt nicht drauf joinen Und dann da im Kreis stehen, weil nix abgeht Mal gucken, mal gucken Hä? Ich bin doch kein Beta-Tester, oder? Dann hören sie mal Der Herr So ne Art von Hilfe bieten wir immer an, Alter Und bisher ging das immer nach hinten los Immer Mahlzeit Die werden das schon irgendwie hinkriegen Außerdem haben die so Beta-Tester Die haben nur Keys rausgehauen Herr Finn schreibt Gib uns 5 Minuten um den Server Wir machen alles kaputt Ach komm Also stirbt Utgard Warum? Warum soll er sterben? Wir sind hier keine große Company Gibt hier einen Multigaming-Clan Der absolut gehasst wird, Alter Weil da die größten Idioten drin sind, Junge Die sich für so krass halten Da war gestern einer im Chat Der den ganzen Tag reingespampt hat Und die Gilde da Exploiter und Fischbots sucht Und so, weil die anscheinend Fischbots haben Das ist wohl ein ehemaliges Mitglied Der gekickt wurde Weil der den Gildenlied nicht gesiezt hat Im Teamspeak, Alter Der geht richtig heim auf die Junge Jaja Also der war anscheinend ehemaliges Mitglied Soweit ich das verstanden hab Und der hat halt so ein paar interne Sachen rausgehauen Von wegen, ja Du musst den Gildenlied Wenn du mit dem sprichst im Teamspeak Und beim Bewerbungsgespräch Für diese Gilde Also Company Musst du den siezen Ansonsten wirst du gekickt In so ne Kacke Und anscheinend haben die auch Irgendwelche Fischbots am Stisseln Und so ne Kacke Alles, Junge Das ist so ein Multigaming-Clan Der in jedem MMO vertreten ist Und die schwitzen halt richtig rein Aber sind absolute Pfeifen Junge, einer von denen ist letztes Jahr Weil Level 60 ist vom Denver weggerannt Der war 28, Junge Ist halt Masse statt Klasse, ne Deswegen komm ich nur auf VRTS Mich hat keiner anständlich mit Titeln angesprochen Jünger, die Buben ist, Alter Rennen die mit 500 Mann über den Server drüber Und denken die Regeln irgendwas Weil die beim Release direkt Geld zusammengeschmissen haben Und irgendeine Städte gekauft haben Und dann ist das Attack-System auch noch so Richtig ekelhaft in diesem Spiel Dass du kaum Städte einnehmen kannst Weil das lag wie Sau, Junge Weil da noch nix gebalanced wurde Und die halten sich für endlos krass Bis die ersten kommen Die die komplett zerreißen in der Luft Dann wird aber ganz schnell Der Server getranzt Die haben, genau, genau Kann ich mal erzählen, was Jamar passiert ist Es gab einen Exploit im Spiel, ja Ihr müsst euch vorstellen Da gab es ein Erz Und an diesem Erz war ein Boss Ja Und wenn du hingegangen bist Und hast dieses Erz abgebaut Und bist dann da weggerannt Ohne den Boss zu töten Du bist quasi aus Zink-Range rausgelaufen Kennen wir ja von GTA Ist dieses Erz respawnt Also ein Exploit Das haben die ausgenutzt Diese Company Und Jamar war auch da Und ich weiß nicht genau Was Jamar gemacht hat Ich hab das da ein bisschen reingetrollt Weil die halt am Exploiten waren Und dann haben die zu dem geschrieben Der soll sich da verpissen Sonst reporten die den Und hier in New World Gibt es momentan noch so ein System Wenn eine gewisse Anzahl an Leuten Dich reportet Also Spam reportet, ne Hintereinander einmal reportet Wirst du automatisch gebannt für einen Tag Und die haben dem angedroht Im Chat, wenn der nicht abhaut Und der nicht aufhört Die daran zu hindern Diesen Exploit zu nutzen Werden sie ihn reporten Und er ist ja ein dreckiger Casual Und er soll sie nicht Bei ihrem Progress stören Junge Und Chris, dankeschön Von der Visa im 33sten Junge Das sind die größten Pfeifen Die hier rumrennen Alter Wenn heute wieder nur Stammbilder im War sind Dann war es das erstmal Ja, ich denke mal Die deaktivieren das Das sind Alter Legt mich am Arsch Junge Und die kommunizieren halt Im Internet Das sind Multigaming Klemmt 500 Mitglieder Da sind wir sehr stolz drauf Und wir werden gesponsert Von Buffed Junge Die kriegen dann 64 Slot Team Speak Gesponsert Alter Und rubbeln sich einen ab Ja, ja Aber mit solchen Leuten Hast du immer zu tun Alter Wer war das? PK Du weißt genau Wen ich meine Alter Du weißt genau Wen ich meine Welche Company Auf dem Server Wird hier absolut gehatet? Leben wie die Könige Du weißt genau Wen ich meine Komisch Über andere große Companies Wie Black Lotus Und so ein Shit Hab ich noch nie Was Negatives gelesen Aber über die schon Ne Wer hochfliegt Der wird tief fallen Immer Okay, du hast mich Und gestern war auf jeden Fall Einer im Chat Der wird wahrscheinlich Nachher auch wieder auftauchen Der hat sich dann so genannt Wie Mit dem Company Name Dem Kürzel davon Und Fischbot dahinter Und meinte so Ja hier Unsere Company sucht noch Exploiter Und wir bezahlen dafür In Kryptowährung Und Fischbots brauchen wir Weil anscheinend Wohne nicht gebastelt Das hat dann ein paar Mitglieder Oder sogar sehr viele Weil du brauchst du Du brauchst im Endgame Brauchst du halt die Legendary Fische Für das Buffhood Weil das absolut OP ist Alter Der hat mir 32 Gold geschickt Der hat mir 500 Gold geschickt Alter Ich weiß nicht warum Und deshalb gehen die da Richtig Richtig steil Hey hey Oh scheiße Und ich bin bei Gelb Auf unserem Server Infi Und hallo Ich hoffe Wir räumen da mal bald auf Ja wir müssen halt gucken Du brauchst halt 50 Leute Anstatt Masse Und 50 Leute Die auch ein bisschen Reinschwitzen Aber auch Skill haben Wer die ganze Zeit Im Zerg rumrennt In der Open World Alter Und denkt der wäre krass So der Soll sich eh löschen gehen Aber du merkst eh schon Du weißt schon Du siehst schon In den Namen von denen Das absolute Daddy Gamer sind Alter Die nennen sich Gott Christo Und so ein Scheiß alles Und schreiben im Chat Du Schlingel Junge Alter Richtig sympathisch Ach die brauchst du gar nicht pushen Junge Die haben nur Facebook Gruppe Alter Junge Instagram Wahrscheinlich auch Einen Twitch Kanal Mit dem Namen Und so 100 pro Müsst du aber mal googeln Alter 100% Ich hab die einen eigenen Twitch Kanal Für ihre Dings Alter Komische Gilde da Junge Was glaubt Moche 5 zu 4 Returnal Hört Kraften Ja ja nein Weiß ich gar nicht Was das ist Ist das nicht Dieser Key Für die Inni Nein nicht Kraften Brauchst du nicht Kraften Junge Junge Einfach ICQ Gruppe Haben die auch Hast du gegoogelt Beatty 100% Haben die das Du hättest gestern mal beim PvP mit Dembo Rakim dabei sein sollen Haben einen von TE In Endtime Es aufgekillt 10 Minuten Später 30 Mal Ja ja Die machen dann so Ich kann nicht Schreiben Warum auch immer Ich kann gar nichts mehr machen Achso Jetzt wieder Aber so schreiben die dann Hilfe Ich mein Reinschwitzen ist ja Okay Aber Da steht Twitch Kanal Von dem Klam Junge Ja Das ist so Hab ich mir fast gedacht Wir haben uns komplett ausgezogen In die Nackt geboxt Die direkt immer gekillt Ja klar Oder die müssen Ego push brauchen Die Was meinst du denn Wie die da hinter ihrem Computer sitzt Mit der Nase Und denke sich Boah Wir sind übel Krass Boah Ich muss hier 6 Skills drücken Und das Skillsystem Sogar das Waffenwechseln Das klank Das heißt Ich kann mir Eine halbe Stunde Zeit lassen Um die Waffe zu wechseln Und dann drücke ich Die 1 Oh Und dann hau ich Den weg Weil ich mit 50 Mann unterwegs bin Spielbasiertes Game By the way 40 Euro By the way Aber egal Ich sag ja Wer fliegt Der wird tief fallen Hier gibt es einige Leute Auf dem Server Die nur keine 60 sind Die haben Schwitzen erfunden Wäre ein Gildenkodex Einfach länger Als manches Regel Wäre vom IP-Server Was für ein Gildenkodex Junge Ich glaub da tatsächlich Dass du den Typen Siezen musst Weil der bruch Re-Step im Internet Alter Ach Kannst du eine Pfeife Woche Hat schon Grund Warum die sich Ihren eigenen Teufel Nausholen Wichtiger Clown Für einen Muss halt auch aufpassen Wenn du so Ich nenne es mal Polarisierend bist Mittlerweile gibt es Leute Die lassen sich das nicht gefallen Auch wenn die einzeln sind Die werden dich Irgendwie Bumsen Ja klar Das Problem ist aber noch Dieses Bannsystem Wenn die dich reporten Wirst du gebannt Und das sind halt solche Du siehst halt ja In Jamal Wie sie ihm gedroht haben Wir bannen den Wir reporten nicht Die versuchen Die exploiten alles So bla 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 Wenn dir das System Nicht geben würde Ich glaube ich würde Den ganzen Tag Im Myrgraf hängen Alter Und die ganze Zeit Diesen Ritter In die Reihen spawnen Wenn die da Eliteform sind Schön am Progress Szenen Ja egal Aber in dem Fall Musst du Feuer Mit Feuer bekämpfen Lieder von TE Einfach der ideale RP Cop of Immortal Der steht dem RP vor dir Und sagt Na hören sie mal Das steht aber so Im Gesetzbuch Der Kollege Das ist einer Der lässt dich nie gehen Alter Ich kann mir gut vorstellen Dass das stimmt Das stimmt tatsächlich Mit den Reports Das ist wirklich so Das ist Das ist eine Methode Momentan Vor einem Krieg Die Leute zu reporten Damit die gebannt werden Für einen Tag Weil du wirst nicht Von einem Menschen Sondern von einem System Gebannt Wenn die dich reporten Also Spam reporten halt Ne Da gibt es einige Die das vor einem Krieg Machen Keine Ahnung Ob die das machen Ist mir auch shit egal Alter Bisher hat Cyrus Noch nie was davon erzählt Irgendwie Aber jo Von Facebook Gruppe Für KW Jaja Sobald du den dann Wegnimmst Wirst du sehen Junge Dann wüten die richtig Juri Dankeschön Für den Host Und hallo Kann Embers auch nicht sehen Wer die must reports macht Und die Leute einfach Permavanc Mit Sicherheit können die das sehen Aber die haben gerade Ganz andere Probleme Serverinfrastruktur Und all die ganze Kacke Obwohl die unendlich Ressourcen haben Ne Der Fishbot Hostet rein Ne Der Juri ist legit Must reports sind so ein großes Problem Einfach nur traurig Ja Das Ding ist halt einfach Dass die auf so ein System Zurückgreifen müssen Weil so Ihr dürft ja nicht vergessen Es werden nicht nur Tickets erstellt Von wegen Ich hab hier einen Fehler Gefunden Oder whatever Die massen Leute Da drunter gibt Sehr sehr viele Wie soll man das sagen Sehr sehr viele Leute Die den Support Vollquatschen Mit unnützem Zeug Und sehr viele Reports Und so Und da kann einfach Kein Mensch Das ist so viel Geld Was du dafür aufbringen musst Blizzard hat das damals gemacht Und Blizzard hat mit WoW begründet Dass man monatliche Abos abschließen muss Um das Spiel zu spielen Damit die damit Den Support auch Mitfinanzieren können Ne Und das hier ist Ein kostenloses Game Im Prinzip Du musst das automatisiert machen Das geht gar nicht anders Und PKX dann Schöpfle WeSup Im dritten Jetzt hat Papa Stay in den Zapp Und The Curly Zone Einer hat Support angerufen Weil er in einer Invasion Gekriegt wurde Ja das machen die ja momentan auch Also Jetzt nicht die Company da Allgemein Du wirst Zehn Leute aus deiner Company Wenn Kannst du auswählen Für ne Dings Für ne Invasion Und die anderen sind Random Aber die kicken nicht einfach Bis die Leute von der Company drin sind Ja klar Hat einen Grund Weil sich voll Dämpner anmelden Junge Und wenn du die Stadt Nicht verteidigst Dann sind Sachen Werden downgegradet Ja 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 aber darauf ist das Spiel Aufgebaut Jammer Dass du Dass du Leute verrätst Und dass du Ne Sabotierst und alles Eigentlich müsstest du Das so spielen Dass du in Everfall Gar kein Haus Wenn du irgendwie Zum Syndikat gehörst Gar kein Haus Oder so da besitzt Damit du denen Kein Geld gibst Eigentlich müsstest du Black Lotus Unterstützen Komplett Ne Und andere Kleinere Kompanien Und so Und wenn Grün Kein Land sieht Gegen Gelb Müssten die eigentlich Auch ein Syndikat Unterstützen Also die Ich sag mal Obwohl Syndikat Ist ja gerade Die stärkste Ne Mit den meisten Gebieten Fünf Ja fünf Man müsste alles Da reinpumpen Man müsste die auch Komplett boykottieren Wenn die die Steuern Nicht senken Und so Darauf ist das Spiel Ausgelegt Aber Ist halt Deutsche Community Junge Das interessiert Den Thomas Nicht Ob der da Zehn Prozent Steuern zahlt Weil der Thomas Hat das gar nicht Im Blick Das juckt Den gar nicht Bei den Amis Junge Rasten die Richtig aus Das hab ich schon Bei Reddit Gelesen Da hat irgendeine Kampagnie Ein Gebiet Übernommen Hat die Texas Hochgeballert Junge Da haben die Alle ihr Lager Geschnappt Und sind umgezogen Damit die Kein Geld Mehr verdienen Und nur Bei Genau Nur beim Syndikat Die Tafel machen Aber das checken Die Leute halt noch nicht Und das wird die Deutsche Community Auch nie checken Weil der Thomas Geht lieber ein bisschen Angeln Und ein bisschen Satt machen Und dann guckt er sich Vielleicht mal PvP Kämpfe an Vielleicht macht er auch Mal PvP an Und wird komplett Weggestompt Und dann rennt der Thomas Ins Forum Und sagt Der Great Axis Voll OP Der kann ja Boah Guck mal Der ist der Ferrari Junge Das geht nicht Das ist halt so Deshalb hat Cooper Und so schon recht Hat man auf Einen internationalen Server Zocken sollte Anstatt Deutsch Das ergibt schon Sinn Aber einem Free Trance Ist ja nur möglich Zoom Wenn du über mich redest Nämlich bitte nicht Thomas Danke Nein aber so ist das Ne Dann rock ihm Bei uns auf dem Server Sind das aktuell Spanier Übernehmen ein Gebiet Nach dem anderen Und stellen eine Steuern Auf Maximum Ja die muss man halt Boykottieren Man muss halt in andere Gebiete gehen dann Darauf ist das Darauf ist dieses Spiel Aufgebaut Das war erst ein Survival PvP Open World Spiel PvE Elemente wurden Erst hinzugefügt Alter Nachdem die ganzen Nachdem die ganzen Leute kamen Die rumgeholt haben Und daraus ein World of Warcraft 2.0 machen wollten Guckt ihr das doch mal an Ist euch das noch nicht Aufgefallen Die Das Spielzeugen In jedem Gebiet Ist das gleiche Layout Die haben einfach Gekopy pasted Junge Überall sind die gleichen Mobs Alles Alles gleich Die Questen Alter Junge Das lohnt sich gar nicht Die überhaupt Durchzulesen Das ist immer Der gleiche Scheiß Geh eine Kiste Luden Töte 10 davon Und such mir das Aber trotzdem wird es Gespielt Ja Das Spiel wird gespielt Aus Mit Sicherheit Zu 50% Aus purer Verzweiflung Weil die Leute Sich neuen Sachen Sehnen Ja Das Spiel ist nicht schlecht Na klar ist das nicht schlecht So Es ist gut Für Leute Die vielleicht nicht viel Zeit Haben auch Also für Casual Die wirklich nur ein bisschen Farben wollen So die leichten Progress Haben Ja doch Aber das wird Das wird dann nicht rausreißen Und es ist halb der Hype Die Mobs ganz einfallsreich Auf Recaller Ja Ach Jamal Das ist doch fein Das ist doch gut Solange die jede Woche In ein Patch bringen Und die Bugfixes fixen Also Bugs fixen Und sich Gedanken darüber machen Ja das Team Vergrößert Das Klubs Selber nicht Man die sind gepolt Auf Dings Geld damit zu verdienen Der Shop Wird noch richtig Reinknallen Es macht aber Trotzdem Spaß Auf irgendeine Art und Weise Ja Das Kampfsystem Timmer Ist gut Aber ist sehr Clunky Also du hast Kein Vorurteil Wenn du gewisse Sachen Trainierst Hast du einfach nicht Weil das einfach Zerg ist Einen Zerg ohne Commander Wie ein Guild Wars Ohne einen Punkt Den du markieren kannst Dass du weißt Wo der Leader ist Aber die fangen jetzt schon an Sachen zu nerfen In Stealth Modus Was gut ist Dass Heal nicht mehr stackt Und Aue nicht mehr stackt Weil das macht das Ein bisschen Skilllastiger Hm Du standest wahrscheinlich In zwei verschiedenen Dings Also nebeneinander gestellt Es bringt nichts mehr Die untereinander zu setzen Soweit ich weiß Keine Ahnung Ob der Dauer für PvE gilt Oder nur PvP-Gebiet Nein, nein Es stackt nicht mehr Das ist genau die Änderung Die du letztes Mal Angesprochen hattest Timmer In den Fischkissen Ist kein Gold mehr drin Nein Haben die rausgemacht Wegen den Bots Dafür werden andere Exploits gejustet Ich bin einfach MMO-Profi Ich werde jetzt Redakteur Bei meinen MMO Hey Ich bin auch dumm, Alter Die US-Bersion Switch-Weapon Mal gucken, was das im Spiel wird Ja, bei uns auch Irgendein Gold-Seller Das sind nicht mehr Diese Fischbots, die ihr seht Das sind private Leute, ne Und zum Teil vielleicht Kleinere Gold-Firmen Richtige Gold-Seller Die haben Exploitedes Gold Weiß nicht, ob ihr das gesehen habt So und ob ihr Auf Reddit unterwegs seid Hallo Bienchen Aber es gab am Anfang Release von Dings Exploits Wo du einfach Gold erschaffen konntest Aus dem Nix Da hat ein Streamer Ich glaube am zweiten Tag Von New World Als es gestartet ist 1,4 Millionen einfach bekommen Von irgendjemanden Und es wird auf jeden Fall Exploits geben Die gehandelt werden, Alter Davon träumen wir alle Die zu finden Und natürlich zu melden Um das Spiel zu verbessern Weißt du, was die Russen hier veranstaltet In dem Game, Alter Kaufe ich einfach komplett das Indikatzeug Oder was fragt man jetzt Zu meinem Bestes Geal zu kommen Wenn du 60 bist Geht das Fraktionsgeal holen Dann hast du 520er Base Die Waffen lohnen sich nicht Du findest im Auktionshaus Für weniger Geld bessere Der Heiler Fraktionsstab ist gut Ja, dann würde ich den Vielleicht holen Okay, dann ist der gut Ja, ja Ich hab vorgestern 520er Zweihandachse Die ich gefunden hab Bei Melidefarm Mit guten Perks Für 1800 Gold verkauft Ja, ich hätt die auch gekauft Ich hab vorher auch Eine Waffe gekauft Hast du die Leggequest schon gemacht? Ne, keine Ahnung Wo die gibt Ach, du meinst Die Waffenquests Die 580er Ja, klar Hab ich beide an Die Perks sind zwar Absolut scheiße Aber der Base Damage Ist ganz okay Die 580er Die 580er Oh, das ist echt schleppend gerade, ne? Ich sag, wie das Hallo, Losen Naja, bin in etwa so mit dir 60 gekommen Aber meine Mates haben stark nachgelassen Jetzt hole ich einfach alle Zeitgross-Aktoren nach, ist auch gut Muss ich auch noch machen Fang aber in den oberen Gebieten an, Mojo In den 50er, 60er Gebieten Weil du musst die machen Um die Questen für deine Waffe freizuschalten Wenn du die Waffe dann auf 20 hast Ja, ja, die weißen Schlecht Space Pirate, das du dir da klauen lässt Wir brauchen auf jeden Fall ein Mit Rüstungsschmied auf 200 Und Waffen Und auch Juve Oder guter Tipp, danke Immer, immer Und dann kannst du dich bei unserem Zerg eigentlich anschließen Wir haben jetzt geguckt Wir holen jetzt jeden Tag die Elite-Chest Und gehen ein bisschen Bosse farmen Um das Watermark zu pushen Sind doch schon ein paar hoch Bei manchen Teilen Das System ist halt auch so dumm, Alter Ist einfach nur Ist halt so ein richtiger So ein richtiges Gatekeeping Auf Reddit haben auch einige geschrieben Dass die das mit den Invasionen extra machen, ne Dass die das noch nicht gefixt haben Wegen dem Progress Dass du nicht zu schnell an Gear kommst Nein, mit die Mit die Dings Portale oben In den 65er-Gebieten Verstehe nicht, warum es kein Wendor für Mindestverkaufspreise Und keine wirklichen Goldfarben-Methoden haben Den ergibt Der Markt ist so gefickt Es gibt eine Goldfarben-Methode In Balax Und dann ist einfach Mobs klatschen Falls es dir nicht aufgefallen ist Kriegst du manchmal bis zu 15 Gold dafür, ne Du musst dir ja Du kannst ja jetzt Low-Level-Mobs klatschen Dann kriegst du 10 Gold Du musst dir nur eine gute Stelle suchen Einfach grinden Und die ganzen Questen machen Weil die geben verdammt viel Gold Und ansonsten musst du craften Oder Roh-Metz-Farm Zum Beispiel Holz Du kannst mit Holz Kannst du Geld verdienen Gold Weil die Leute, die jetzt ihre Beruf auf 200 skillen wollen Die brauchen Bis zu 400.000 Rohholz, Alter Und da gehen die mit Sicherheit nicht farben Die werden einen Teil davon immer kaufen Ist halt stumpfes Farben, ne Hab den Epic Lifestyle gefarmt Aber ganz ehrlich Der Stab ist so viel schlechter Als mein Faction Lifestyle Ja, ist auch Keine Ahnung Was die sich dabei gedacht haben, Alter Haha, Chris Ist nicht schlimm Da sind ein paar von uns schon OGs In den MMO-Dingern Das muss doch für Leute Die keine Ahnung vor dem Spiel Oder was ich hier gerade tue Echt verwirrend sein, Alter Ich bin seit über einer Stunde fast hier Und laufe die ganze Zeit nur im Kreis, Junge Und pflücke meine Tetrahydrocannabinol-Haschrausch-Gift-Zigarettenpflanzen Aber jo, das musst du machen Ist es, ja Du hast halt den Progress, ja Du kannst halt Das Ding ist halt Du kannst, wie wir vorhin schon gesagt haben Als ein Streamer aussah Du kannst, wenn du jetzt auf 200 pusht Und die Leute alle ihre Metz zusammenwerfen Kannst du halt auch richtig dick Geld damit verdienen Du siehst halt schon daran Wenn du Sachen im Aha flippst Wie viele Leute hier rumrennen Das ist nicht böse gemeint Und absolut keine Ahnung Haben wir zu tun, Alter Ich hab letztes Mal Das hab ich nicht erzählt Ich hab Vorgestern oder so Neurikalkum Dazu ausgesprochen Ich weiß ja gar nicht Ne Spitzhacke gekauft Die hatte 450 GS nur Aber die drei besten Perks Aber low roll halt Die hab ich gekauft Für 750 Gold Und hab die verkauft Für 2700 Einfach weil der Typ Nicht darauf geachtet hat Naja Für welches Level die ist Und was für eine Rüstungswert die hat Genau wie mit dem Bogen Ich hab Ich hab einfach 18.000 Gold damit gemacht Alter Junge Die Leute haben keine Ahnung Hanf gibt es so viele Stellen In südlichen Klangtöck Aber das hier ist der beste Spot dafür Moche So wie ich Was hast du für eine? Ich hatte so ein 540er Ding oder so Ja Du kannst Du kannst halt Sachen flippen 450 GS Perks Ja ja meine Rede Oh Oma Berks sind halt Hier guckt da unten Diese Verzauberung Da gibt es halt Verschiedene Sachen Und da gibt es halt Diese Best in Slot Sachen Also das Beste Was drauf sein kann Was am meisten bringt Hier dreht sich alles nur um Items Ja klar Okay verarsch mich Und woher weiß ich das? Ist das jetzt eine Frage Von wegen Ich weiß es Und woher weiß ich das? Ich hab's von dir gelernt Oder woher weiß ich das? Welche die besten Perks sind? Das zweite Indem du spielst Und dann merkst Worauf es ankommt Oder du dir irgendwelche Guides anschaust Im Internet Von irgendwelchen Content Creators Meistens YouTuber Zu 99% Mit Clickbait Ist halt Theory Crafting Es gibt Leute Die sich sehr sehr krass Mit sowas beschäftigen Oh mach dich aus meiner Leitung Junge Na Und Stoner Dankeschön für den We7-10 Wie Buck 4.000 erst mal Das war aber Vorhin schneller Ja stimmt Wie viel hast du? Eigentlich müssen wir Jetzt zusammenlegen Ja 8 Und Space hat wahrscheinlich auch 4.000 5.000 Das ist aber Laumann Spielt das so ein Spiel Wo man alles selbst Entdecken und lernen will Oder? Ja im Prinzip schon Aber Was soll ich dir sagen? Die Menschen sind halt so Effizient 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 Das ist ja 6 Also 15.000 schon 20.000 Haben wir schon Insgesamt Meine 10.000 Die ich fast hatte Eigentlich geht das doch schnell Wenn jetzt nochmal 2-3 Leute Helfen würden Bei Clickbait Und scroll ich Instagram weiter Selber entdecken Hauptsache ich mach damage Und mach Laune Ja das Das Gehirn muss Stimuliert werden Dicke Zahlen Ein gutes Gefühl Ein gutes Charaktergefühl Das schüttet Endorphine aus Dann denkst du Du bist das Der krasseste Motherfucker hier Wenn du das alles Vorgekaut bekommst Machst du kein Lein Ähm Es wird dir ja nur gesagt Auf was du achten sollst Ne Da kommt ja keiner Und schenkt dir die Sachen Du musst dir ja immerhin Noch selber schaffen Und dich darum kümmern Dass du dir selbst herstellen kannst Oder da Im Auktionshaus nachgucken Ich glaub in unserer Gruppe Wir haben bestimmt schon An den Werkzeugen So 40 50 Werkzeuge gefunden Die wir einfach Geflippt haben Also billig eingekauft haben Und Normatora verkauft haben Der Jagd zum Beispiel Hat letztes Mal Irgendwas für 600 gekauft Und eine Minute später Für 6000 weiterverkauft So Du musst halt Bestimmte Wege gehen Um an Gold zu kommen Und du brauchst Ja die Kohle auch Man sieht Hat er darin schon Mit dem Bogen Hat einer Meinen Bogenkauf Für 18.000 Obwohl er für 1800 drin ist Dass die Leute Mit dem Overlay Vom Auktionshaus Absolut nicht klarkommen Tut mir zwar ein bisschen Leid für den Typ Ich glaub hätte ich 20.000 Hat 18.000 Ich hab schon bei Reddit Gelesen Es gab Leute Die einen Komma Vergessen haben Beim Sachen reinstellen Und die Tausende Von Gold In Dings gezahlt haben Als Tags dann Als Steuern Ja Die haben 5.000 6.000 7.000 Ja wo 18.000 Was Ja Viele checken auch nicht Dass man das einstellen kann Und auf alle Trading Poste schauen Ja wo Der Beatty war fast Level 60 Und der wusste das nicht Man du kannst dir Richtig insane Stuff machen Wenn du so ein bisschen Plan hast Aus WoW Mitnimmst Und so Du kannst dir Richtig heftig Die Schwäche Der Menschen Quasi ausnutzen Oder die Unwissenheit Der Menschen Damit hab ich das meiste Gehört gemacht Es gibt Guck mal Du kannst zum Beispiel In den Everfall Gibt's kein Brunnen Also es gibt einen Brunnen Aber es gibt kein See Die Leute müssen Die müssen hier hinlaufen Oder hier Um Wasser zu holen In Windsward Ist aber direkt ein Bach Der durch die Stadt läuft Hier kannst du dich hinstellen Und einfach eine Stunde lang Wassereimer farmen Und dann gehst du hier hin Und verkaufst dir hier Und kriegst wahrscheinlich 10 Cent pro Wassereimer Und die Leute kaufen das Weil die keinen Bock haben Rauszulaufen aus der Stadt Und da hin zu laufen Und das jetzt zu holen Dann geben die lieber Eben mal eben 50 Gold aus Aber 50 Gold Das geht nix Im Prinzip Ja, aber du kannst dir Mit einer geilen Nase Verdienen Achso, man hat die Maus Man sieht die Maus nicht Man wird die Maus nicht Recordet Hast du dieses Anti-Cheat-Hook-Ding Egal, die Leute Die das spielen wissen Jetzt was ich meine Ja, du gehst zum See Besorgst dir Wasser Und gehst in eine Stadt Wo es kein Wasser in der Nähe gibt Verkaufst du Wasser da Aber auch belassen Das ist jetzt Nubi jetzt zu hören Werde ich ja komplett abused Das Ding ist halt Wenn du dich damit Nicht beschäftigst Und dich schlau liest Musst du nicht Du kannst doch einfach Darauf scheißen Weil du denkst Weil du denkst ja eh Nicht effizient Du denkst ja Oh, ich hab hier jetzt Ein Rezept gefunden Und 200 Gold dafür Wären fein Aber du könntest Ein Rezept haben Was absolut selten ist Alter, wofür du 10.000 oder 20.000 Gold kriegen würdest Und du stellst das rein Für 200 Und der Typ Der Ahnung davon hat Kauft hat Und lacht sich in eine Faust Halber Wirtschaftssimulator Ist das den Stormtrooper Oder was Oder hier ist alles Tot gefarmt Aber solange du Spaß hast Chris ist doch alles fein Kann man eigentlich Mehrere Häuser In einer Stadt kaufen Ziehen die dann auch Alle zum Storage dazu Wenn du Dings machst Wenn du da überall Kisten reinballerst Das ist die Frage, ne? Ja, ja Drei Häuser kann man haben Aber kann man drei Häuser In einer Stadt kaufen Um so ein 5000er Inventar Dazu haben Das ist halt die Frage Aber lohnt sich auch nicht Du kaufst ein großes Haus Und zwei kleine Und die benutzt du nur Als Support Oh, mach dich aus meiner Leitung Hier, Junge Oh, mach dich aus meiner Leitung Stimmt, das ist doch nicht so viel, 172.000, ne? Also ehrlich nicht. Aber die andere Scheiße wird ekelhaft. Ach, da finde ich schon nen Dings. Wie weit geht die Axt eigentlich? Von der Range. Ja, mit dem Werfen. Wofür braucht ihr das? Wir machen Rüstungsschmied für die Gilde hoch beim Jamar. Der ist schon auf 175. Dafür brauchen wir 162.000. Leider kannst du zwischen Morning Glade und Restless Show gut fahren. Perfekt wert erteilt werden dann nur so 10 Spots werden, weil dann könnten wir mit 5, 6 Leuten da hingehen und dann permanent jeden Respawn abformen. Aber erstmal eine Sache. Erstmal die ganzen Dings besorgen. Dann die anderen Sachen. Ich laufe jetzt mal verkehrt rum. Habe auch nur einiges davon. Wenn du willst, du kannst bänden. Und jetzt zieh mir den Krieg. Und Juri, wenn du angelst und legendäre Fische hast, verkauf dir den Krieg. Die ja nicht, ne? Wir werden im Preis noch richtig explodieren. Ich habe gestern Abend wohl verworstet geguckt. Junge, Junge, da sind auch Sachen dabei. Jetzt sind mir beim ersten Mal gucken gar nicht aufgefallen. Guter Film, by the way. Aber wie konntest du das überhören, Timmer? Holy Lutz. Junge, der Film ist so gut, Alter. Ehrlich. Und Brutus, dankeschön für die Risa beim 12. Ein Jahr jetzt, Brutus. Dankeschön. Und da habe ich mehr Fokus auf Story gehabt. Ja, ja. Ja. Giffi soll mal kommen. Biti soll auch mal rankommen. Mhm. Eine Minute gebe ich dir, Junge. Ja. Nix da. Shutter Ice Land lohnt sich auch, ja. Inception sowieso. Den habe ich bis heute nicht verstanden. Hallo, Schmacko-Matz. Ah, Patrasanie. Nächste Woche könnte er kommen, ne? Dann haben wir wieder ein paar Verrückte. Wie viele sind die eigentlich, der Arschmeier und so? Leonski. Ja, ist okay. Okay. Ja, gut. Er ist ja, aber haben viele aufgehört wieder. Das ist ja nicht schlimm. Aber fünf, sechs, sieben Leute ist vollkommen in Ordnung. Toni kommt ja wahrscheinlich auch. Vielleicht gibt es noch ein paar andere, die auf anderen Servern sind, die kommen. Wir können ja über Twitch rekrutieren. We need a Switzer. From Switzerland. Nein, Mann. Wir machen Amerika. Wir machen Amerika. Für Kack-Lied, Junge. Kann mich wer ziehen, bitte. Ja, warte. Hallo, Demo Knutsch. Das ist nur in dem Channel hier, weil das mein Channel ist. Aber... Ja, da muss der den Platte... Äh... Scheiß sagen, oder der Vater. Und... Apatazani. Ne, Abu. Abu Shaka. Dankeschön für den Gift, der dann... Apatazani. Du auf die Motte wär so cool, Mann. Ey, wär überhaupt gar nicht null cool, Bruder. Im Leben nicht. Und Chucks, Dankeschön für Luisa am Zehnten. Bugele. Demo Knutsch, wenn du findest, äh... Fasa. Please give it to Yama. Ja, ja. Und Abo, Dankeschön für den Zap und... Herzlich Willkommen, Kürtisdan. Marcel, Emo, Leco und Cousine. Bisschen Satsiki-Verbindung. What? Rüstungsschmied-Level für den. Der ist 175 auf 200. Dann kann er dicke Dings, äh... Herstellen. Wieso feierst du im Motto, äh... 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 Night, Bro? Guck mal, ich bin jemand, der sagt, jeder soll seinen RP so spielen, wie er möchte. Und meins würde überhaupt gar nicht hinpassen. Weil das in meinen Augen... Kein RP ist, sondern... Gameplay. Das ist kein Hater, nicht Spieler. Aber... Ist halt so... Ne? Da würde ich nicht hinpassen. Also nicht so hinpassen, dass ich da Spaß hätte. Das ist cool, dass die Leute, die da spielen, Spaß haben. Der Server ist auch... Will ich nicht schlecht reden, aber ich... Ich als Person passe da nicht hin. In der Szene war es mal so, dass man richtig, richtig, richtig heftigen Beef bekommen hat dafür. Zu Recht übrigens. Wenn im RP komische Sachen gelaufen sind. Ich erinnere an diese Bomber-Kefka-Geschichte damals. Ja? Mit dem Baseballschläger, das. Da musste man reflektieren als Person. Und sich selbst eingestehen, ja, das war absolut nicht cool. Da haben die Leute recht, die das sagen. Und die da ein bisschen flamen. Aber wenn ich jemanden sehe, der von einem großen Streamer einen Push bekommt. Einen sehr heftigen Push. Und der anfängt, im RP Leute zu vergewaltigen. Und der Server absolut nichts dagegen tut. Weil das mittlerweile zur Normalität gehört, in der Szene so. Mache ich da einfach einen großen Bogen drum. Ich bin auch nicht perfekt. Aber das ist halt... Ne? Muss halt nicht sein. Dann lieber Tradition bleiben, ja. Dann werden auch die großen Leute so toleriert, dass die alles machen können. Und die Armen klein werden für jeden Fall Schluss rausgerufen, ja. Und jetzt sag du mir mal, Neo. Weil du hast ja gerade geschrieben, mich da zu sehen wäre richtig cool. Ist das fair? Ich weiß jetzt nicht, ob du streamst und wenn ja, ob du groß bist oder nicht oder whatever. Aber wie Nate das sagen würde, imagine. Oder imagine. Imagine. Du bist ein ganz normaler Mensch. Oder eigentlich ist ja jeder ein normaler Mensch, klar. Aber du bist kein Streamer. Und du spielst auf irgendeinem Server. Und die Leute werden einfach besser behandelt als du, nur weil die Streamer sind. Das darf halt nicht sein. Könntest du GTA als Medium, um zu RP'n? Andere spielen GTA und machen RP dabei. Warte mal. Könntest du GTA als Medium, um zu RP'n? Andere spielen GTA und machen RP dabei. Dafür bin ich zu doof, Space Monkey. Ehrlich. Dafür bin ich zu doof, das verstehe ich nicht. Dieter, hallo. Wie sieht es aus? Wirst du bei Sektor-Könntest? Nee, ich bin nicht bei Sektor. Weil mir die Map einfach nicht gefällt. Ich verstehe das echt nicht, Alter. Mein Gehirn tut doch ein bisschen weh. Und dann, was ich gerade gesagt habe, soll nicht heißen, dass ich der krassste Appeler oder so ein Stück bin. Ich möchte einfach nur nicht, es ist halt langweilig. Ich war vor kurzem auf einem Server, wo wir Peanut und so gespielt haben, wo man wirklich versucht hat, irgendwie was zu erschaffen an RP. Auch wenn es lustige Dinge sind, auch wenn es lustige Dinge sind, und man musste sich so, so, so viel Mühe geben, damit überhaupt irgendjemand mal darauf anspringt und den Ball quasi zurückwirft, dass es sich einfach nicht lohnt. Es lohnt sich einfach nicht. Weil ich auch eine ganz andere Sichtweise auf das Ding habe, weil ich mache das seit vier Jahren. Und die Leute, die gerade da spielen, und das ist auch kein Hate, weil ich finde, das für Monte so, dass er das trotzdem gut macht, als, ich sag mal, Einsteiger im RP, Alter, obwohl das mega cringe klingt. Und so, er versucht, er hat halt eine Rolle, der macht das gut. Aber aus meiner Sicht habe ich das alles schon erlebt, so. Alles schon gesehen. Die alten Zeiten waren einfach legendär. Ja, da kommt doch nichts mehr ran. Gibt doch kaum noch richtiges RP. Das stimmt. Ich glaube, wenn man richtiges RP sehen möchte, muss man, also wirklich dieses entschleunigte RP, wie wir das so auf Nifty hatten, muss man echt momentan so, ich glaube, Lucky V gucken. Storyline. Obwohl da nicht so viele streamen, soweit ich weiß. Aber die Leute interessieren sich auch nicht mehr dafür. Nicht großartig. Ist aber auch alles cool. Nifty war auch gut. Das Ding ist, ich würde dich dort gerne sehen, damit die Leute auch mal sehen, wie man wirklich gut appellen kann. Das ist aber absolut klar, dass sich dann trotzdem keiner ein Beispiel nimmt. Dann macht dir das natürlich keinen Spaß, und das versteht mal vollkommen. Bin da voll deiner Meinung. Ja, aber die Leute brauchen mich nicht da, um Spaß zu haben, oder ein Vorbild zu haben, wo man sagt, ja, der macht gutes RP. Weil die machen auch gutes RP, nur auf ihre Art und Weise. Verstehst du? Du kannst RP nicht, nicht komplett bewerten. Außer natürlich, einer redet im RP OC, und, und, dann kannst du bewerten, dann kannst du sagen, ja, oder das Schmutz, was du machst. und redet von irgendwelchen F2-Muskeln und die ganzen Quatsch, da Sachen so komisch zum Schreiben, dann kannst du das bewerten. Aber wenn sich jemand an die Regeln des Servers hält und in seinem Charakter bleibt, so, dann kannst du das nicht bewerten, weil das ist seine Interpretation von seinem Charakter. Wer talkt denn OEC ekelhaft? Der hat zum Beispiel einen Finn. So einen dürftest du überhaupt gar nicht mehr auf irgendeinem Server drauflassen, weil der hat das sowieso nicht verstanden. Du auch. Du bist ruhig. Bitte lassen Sie mich auf Ihre Insel. Es geht halt heute um Tages-RP und nicht um Story-RP. Ja, das hat sich halt geändert, aber das ist cool. Ich brauche keine Bestätigung, was das angeht, weil ich hatte die Bestätigung 2017, 2018. Wie viele Leute haben die GTA-Live-Story mitverfolgt in den Streams? Wie viele Leute schwärmen heute noch davon? Das ist vier Jahre her und es kommen trotzdem noch Leute und nicht nur bei mir. Ich weiß, dass das auch bei Stay passiert, wenn der irgendwie RP-Thema anschneidet, die immer noch davon schwärmen, was damals los war. Junge, das ist unübertroffen. Es gibt, es gibt, es wird nie was Besseres geben mehr. Nie wieder. Und TV, danke schon für den Weeks ab am 22. Ja, man hat damals 20 Streams offen gehabt, Alter, da sind keine Ahnung, wie viele Zuschauer da waren. Das wird nie wieder so. Jeder Käse ist geil. Fand ich nicht so gut. Muss ja nicht. Ach, der Da Vinci! Hallo, sind Sie wieder auf Content-Suche? Hier gibt es aber New World Pommes. In den Kreis laufen Pommes gab es. Gibt es. Also, lassen Sie die Kamera rechts liegen und entspannen Sie ein bisschen. Ah, die eine Aktion war Stay mit der Feuerwehr, wo die meinten, dass dein Haus brennt. Ja, selbst die negativen Sachen waren legendär, Alter, mit Uwe Nickel. Und ich verstehe da auch, dass die Leute sagen, das war legendär und darauf hoffen, dass das so wird, aber es wird nicht mehr so. Nie wieder. Ich schwäge selbst oft tausend, millionenfach am Tag in Erinnerung daran, wenn ich darüber rede. Aber das maximalste, was man rausschlagen kann, ist sowas wie auf Nifty. Man kann es versuchen. Überleg mal, mit wem wir da alles zusammengezuckt haben damals, Alter. Da war ja die komplette Speerspitze von Twitch Deutschland, GTA RP, war ja auf einem Server versammelt und alle haben untereinander RP'd, miteinander RP'd, kein Beef, nichts. Alle waren da. Nicht in der Vergangenheit leben, gehört das immer weiter. Ich lebe nicht in der Vergangenheit. Ich erinnere mich nur gerne an schöne Sachen, weil ich finde, das ist wichtig. Es gibt ja natürlich andere Sachen, an die ich denke, die auch schön waren. Aber ich verbinde RP halt mit das, was ich hier tue und deshalb rede ich hier oft darüber. An meinem ersten Zungenkurs zum Beispiel erinnere ich mich sehr gut und immer gerne zurück, weil der katastrophal war und ich cringe einfach zusammen, wenn ich daran denke. Aber manchmal denkt man dann sowas und dann lacht man und dann ist man glücklich. Man sollte seine Gedanken halten mit solchen Sachen füllen, mit Sachen, die einen glücklich machen. Außer es kommt wieder um irgendwelche Pommes-Server, wo ich mich aufrege, Alter. GTA-Live-Synex. Und vielleicht, vielleicht kriegt man sogar ein kleines Comeback, weil Stay war vorhin auch im Stream, heute Morgen, ich weiß nicht, kann sein, dass der immer nur da ist am Chillen oder selber schon live ist oder mit Hunde raus ist und GTA-Live kommt wieder und Stay wird den Server auch besuchen und zwar als Manfred Lensch. Das ist schon gespoilert worden. Wer weiß, was da entstehen wird. Ich stelle mir halt immer die Frage, also nein, ich stelle mir nicht immer die Frage, aber ich habe mir schon oft die Frage gestellt, was würde passieren, wenn wir RP scripten würden, Alter? Also so storytechnisch. Bruder, das müsste doch absolut insane sein. Stell dir mal vor, wir würden wirklich mal so RP scripten. Alter. Alla, bei der Koranisch wird die Ficke alle miteinander. Äh. Tut ihr das nicht schon? Nee. Einfach mit 200 gegen die Wand und den ganzen Chat musst du dann Omega-Live schreiben. Ja. Bann den bitte vom Discord wen? Achso, den der immer. Wizard, danke schön für die Wizard, die soll ich bannen, glaube ich. Dieser Schmerz, der war hier wieder da so peinlich gerade. Ey, ist Jamal schon wieder da? Junge, ich geh mal, ich muss auf Klo, sagt er. Willst du mich verarschen, Alter? Nein, wir farmen gerade für den. Der soll gefälligst mitmachen. Bin doch nicht sein Bot, Junge. Und Mauli, danke schön für fünf Gifte Zaps. Aber hau dein Bäckergehalt hier nicht rein, Bruder. Gib mir lieber Croissants. Ohne Dämmer führe ich das der PE nicht. Am besten hat mir Dämmer gefallen, als er mit Loco gecringed hat, Alter. Da war der richtige Bruder. Ne. Der beste Dämmer war Dumba, Alter, auf Alternate Live, Junge, Bennys Seiten, das war der beste. Junge, das war einfach. Ich hatte echt oft, sehr oft Momente, wo ich so krass lachen musste, dass ich dachte, jetzt werde ich unmächtig. Vor allem diese eine Szene mit Zolti damals, als ich dieses Furzgeräusch abgespielt habe und so und diese Affengeräusche gemacht habe mit dem Soundboard. Junge, ich bin so weggestorben, Alter. Aber es hatte trotzdem irgendwo eine Art Qualität, ne? Auch wenn man so ein Dully-Character gespielt hat. Na, sicher. Ja, Kickerei ist ja auch, wenn du, wie wir das auf Dings gemacht haben. Ja. Wenn du OEC OEC redest und OEC-Anspielungen, wenn die sich im Rahmen halten, finde ich auch noch okay irgendwo, ein bisschen. Aber da habe ich ja komplett OEC gequatscht, so richtig, Alter. Braucht ihr Stoffsammler? Ja, wäre cool. Ja, das ist der absolute Crap-Scheiß, Alter. Oh, Mr. Spicepader! Dankeschön, ihr befasst. Fuh, wie viel Stoffs? Merci, merci. Ja, warum? Ja, Bruder, falls du noch nicht mitbekommen hast, wir sammeln Fasern, ne? Und geht's halt, Rakim. Aber Peanut war doch weniger lustig, ja. Aber nur in seiner eigenen Bubble. Ist gar nix. Guck dir. Also ich finde das ein bisschen, wenn man das beobachtet, ein bisschen Dings. Ach, Jammer ist da, der farbt. Und hinter dir ist ein Dingsgesponter, Jammer. Vielleicht ist das als Zuschauer nicht so leicht zu entdecken, wie wenn du das selber spielst. Aber ein Grund, warum Peanut und Twinkie aufgehört haben und warum ich daran festhalten wollte, aber Mila dann zum Beispiel gesagt hat, für sie macht's keinen Spaß mehr, ist einfach gewesen, dass man zwei Charakter hat oder drei mit Pinsel zusammen, die, äh, ich nenn's einfach mal, das Potenzial haben, coole Geschichten auszulösen. Aber wenn wir den Ball irgendwo hingeworfen haben, kam der nie zurück, ja. Als Beispiel jetzt die Geschichte, wo der Typ uns dann die ganze Zeit ins Auto gefahren ist. Wo die Polizei das aufgenommen hat mit Akten-RP. Da ist nie was draus geworden. Und es liegt nicht in unserer Hand, dass die Cops zu dem Zeitpunkt uns den Ball zurückspielen. Ergo ist die Story, die hätte vielleicht cool werden können, kaputt gegangen. Und wenn du immer wieder solche Situationen hast im RP, dass du irgendwas aufbauen willst und dann das dann kaputt geht, weil die Leute sich einfach einen Scheiß da rumscheren, irgendwie auch nur ansatzweise RP zu machen, dann zieht das Energie und es macht keinen Spaß mehr und dann verlierst du das Interesse daran. Für Leute, die kein RP streamen und ihre Miete und so davon zahlen oder allgemein für Streamer, ist das nicht so schlimm, weil die denken dann, Arschlecken, mach ich gleich ein bisschen Gumbo hier auf dem Highway und so. Aber für Leute, die ihr Geld damit verdienen und das auch irgendwo lieben und das auch machen und machen müssen, ist das sehr, sehr kräftezehend. Und raubt einem komplett die Motivation. Ich gehe online und bevor ich online gehe, weiß ich schon, heute wird nichts abgehen. Na klar ist man auch selbst daran schuld. Oft stand ich auch einfach nur im Kreis und habe mir gesagt, nee, kein Bock dahin und ah und so. Aber das liegt an der Gesamtsituation dann einfach, weil das komplette Umfeld zieht dich runter einfach. Bei mir kann man das sehr gut beobachten. Ich habe manchmal Tage, wo ich online komme und mega hyperaktiv bin und dann auf einmal richtig anfange, nur Scheiße zu labern, nur Blödsinn zu machen und so. Das sind aber dann Tage, wo ich weiß, okay, heute kann was passieren, heute kann cool werden, weil gestern auch schon cool war und blablabla. Ansonsten, nicht umsonst gibt es dieses Meme mit wir stehen im Kreis. Das Schlimme ist aber, das Schlimme ist aber, dass dieses Kreisding akzeptiert wird. Und das habe ich für mich persönlich nie akzeptiert. es gibt ja Peeler, die haben einfach mal oder die kriegen einfach mal x-tausend Subs gegiftet, obwohl die den ganzen Tag nur irgendwo rumstehen und nichts machen, Alter. Und ich wäre der größte Hurensohn, Alter, wenn ich das akzeptieren würde, dass ich so bin, nein, ich beleidige mich selber, wenn ich akzeptieren würde, dass ich so bin und mich darauf ausruhe, dass die Leute, die mir zugucken, aus irgendwelchen Gründen auch immer, mich dafür supporten. Das ist einfach meine Meinung. Der allergrößte Abfacker ist und bleibt Metagaming. Ich kann es heute immer nur nicht nachvollziehen, was das einem bringt. Ja, das bringt dir den Vorteil, dass du an Informationen rankommst, die du im MP benutzen kannst, damit du am Ende als Sieger da stehst. Weil gewinnen ist gut, gewinnen macht ein schönes Gefühl im Bauch. Ja, und wenn du sogar noch Streams und Leute hast, die Metagaming für dich machen, bist du sogar der Held deines Streams. Weil du auf einmal Gewinner bist. Weil wer guckt denn schon gerne einen Verlierer zu? Außer du bringst es gut rüber, wie, also extrem gut rüber, wie einen Aster zum Beispiel, der permanent in dieser Opferrolle, in dieser Verliererrolle war, der einfach einen Fick aber auf alles gegeben hat. Zeig mir einen, der so ist wie der. Schick mir einen Link, bitte. Gibt nicht, gibt keinen. Alles Gewinner. Aber nicht mal Gewinner mit einer Art, mit einem gewissen Flair oder Charisma oder Eigenart oder so, sondern einfach nur gewinnen, gewinnen. Und auf alles andere wird geschissen. Klar, gibt es den wen denn? Sag mir einen, Oma. Vielleicht übersehe ich jetzt, sein kann sein. dann erinnere mich bitte dran. Ich kenne so jetzt keinen auf die Schnelle. Achso, sollte ich den nicht schreiben, wenn Ballas eingelackt hatten auf Nifty? Das ist gang und gäbe in der Szene mittlerweile, dieses Dings gucken. Wir haben uns selber erfahren, wir haben uns selber wahrscheinlich, ja, Kefga. Ja, gibt es den, der hieß der, wie hieß der, der Präsident? Aber Kefga gehört oder gehörte zu dem Camp von Aster. Und jetzt stellt euch vor, ihr seid Streamer und ihr wollt cooles AP machen und ihr selber, ne, ich kann nie für die Leute, mit denen ich zocken, sprechen, weil die haben alle ihren eigenen Kopf. Natürlich kann man versuchen, da zu unterbinden, indem man mit den Leuten redet und sagt, jo, macht's aber bitte nicht. Aber dann kommt halt ein Finn um die Ecke gedriftet, der sagt, ich mach den Bumse zu. Du kannst die, ja, kannst, kannst du nie. Aber jetzt stellt euch vor, ihr seid Streamer oder ihr seid einfach nur RPler, scheiß drauf und ihr müsst gegen sowas kämpfen. Ihr kämpft gegen eine Growth-Gruppierung, die, wenn ihr Beef mit denen habt, einfach für zwei Wochen auf einen anderen Server geht. Bis sich die Situation wieder beruhigt hat. Die im Teamspeak gucken, wie viele online sind. Und wenn fünf, sechs Leute von uns online sind, nicht einloggen. Die nur einloggen um ein Uhr nachts und all so ein Quatsch. Bruder, du drehst durch. Ich hab damals auf Twitter mal was gepostet, das mir das einfach an den Nerven zerrt. Was willst du machen dagegen? Und noch schlimmer ist, wenn solche Leute dann von der Projektleitung und vom Team gedeckt werden. Du kannst nichts anderes machen außer liefen. Und von Server zu Server zu Server zu Server hoppen, bis mal irgendwann einer dabei ist, wo die Projektleitung oder das Team, was da sitzt, nicht so drauf ist. Und die sagen, weißt du was? Du kannst der und der sein mit eine Million Zuschauer. Du kannst der und der sein. Du bist mit dem und dem befreundet. Das juckt uns im Scheiß, Alter. Das, was Alternate gemacht hat. Meinst du, ein Stay hat irgendein Streamer bevorzugt? Alter, das glaubst du aber selber nicht, Junge. Das war, auf Alternate war das so. Ich hab gespielt auf Alternate und bin mit dem BMX Alter von der Mega Marona geklubbt und ich saß hier mit Schweißbällen aufstehen. Weil ich genau wusste, gleich kommt der oder der Säbelzahntiger, Junge, und dann geht's richtig ab. Aber auch zu Recht, obwohl mein Projekt mit war, zu Recht, du musst die Leute gleich behandeln, sonst ist es Schmutz. Streamer vor Alternate war mehr gefährdet, ja klar, wegen dem KGB-Chat, aber auch zu Recht, wenn die Scheiße gebaut haben, Junge, bist du weg gewesen. Schöne Grüße an Danju, Alter. Der, glaub ich, nicht mal zwei Wochen da ausgehalten hat auf dem Server. Da kam halt der Nus kurz vorbei. Nee, 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 nee. Ich glaub, Saga, Junge, der kann... Beste Politik gewesen auf Alternate. Na klar. Du hattest zwar Leute im Support oder im Team, mit denen du angeeckt hast, so weil man vielleicht menschlich unterschiedlich war, aber der Support war trotzdem, egal, ob du mit den Leuten irgendwie Stress hattest oder O, C oder whatever, immer neutral. Und ich kann euch auch sagen, warum das so war. Weil da Leute im Support saßen, die nicht einfach willkürlich ausgewählt wurden, weil man jetzt unbedingt 20 Leute brauchte, die man whitelistet, sondern weil man sich Leute rangeholt hat aus den eigenen Communities, vorzugsweise aus der Stream-Community, denen man vertraut hat und wo man wusste, dass man denen solche Arbeiten, wenn sie die übernehmen wollten, zutrauen kann und dass die auch vernünftig damit umgehen. Deshalb hat es funktioniert. Euternet hat auf alles geschissen. Vor allem auch, was nach außen getragen wurde von anderen. Da konnte kein Streamer hinkommen und irgendwie Druck aufbauen von wegen, ja, wenn ich jetzt nicht sofort meinen Zentorno hier kriege mit einer AK-Felcke, dann gehe ich vom Server. Gibt es nicht, warum? Weil da zu damaligem Zeitpunkt einfach die Speerspitze von GTA-RP Deutschland war. Den Server konnte keiner damit erpressen. Und das war das fährste System, was es gab. Und da das am Ende zerbrochen ist oder beziehungsweise ich das Team gelieft habe, lag einfach daran, weil ich komplett mit allem komplett überfordert war. Mit dem Stream, Server, Leitung, auseinandersetzen mit irgendwelchen Leuten, Alter, die mir richtig auf den Sack gegangen sind, wo man richtig gemerkt hat, gemerkt hat, die wollen unbedingt mit Stay in einem Bett schlafen und da waren männliche Personen. Was ja nicht schlimm ist, aber das war deren Ziel und deren Intention und da hat man gemerkt und mit dem musste man sich rumärgern, hatte ich keinen Bock mehr drauf, plus Relief-Sache. Ja. Und Jamal und Jackson, Dankeschön für 5 gifte Zaps und den Luis, Dankeschön für den Zapp und herzlich willkommen. So ist es halt. Einer in der Gang muss Zaps sein, bestes Leben dann. das sind Taktiken, Alter, das ist auch wirklich so. Selbst wenn du sowas nicht möchtest, selbst wenn du sagst, hey, ich bin nur Spieler und ich will das alle gleich behandelt werden. Musst du das als Dings machen? Du kommst auf den Server, du merkst, das ist da so und du musst das auch machen. Du musst auch, du musst Leute ins Team bringen, damit du genauso behandelt wirst wie die, die auch Vitamin B haben. Sonst hast du verkackt. Da wären wir nicht ins Stay's Bed. Ich weiß ja nicht, ob du Stay's Bed schon mal gesehen hast. Ich wohne ja da im Pool aus. Ähm, glaub mir, du willst da nicht rein. Also Fifty Shades of Grey war gar nichts dagegen. Was? Ach, von der, von der Pfeife brauchst du gar nicht erst anfangen zu reden, Alter. So ein absolut irrelevant in der Versenkung verschwunden irgendwo. Irgendwo in der Bettritze vom, vom, vom Koki-Mann lauter Gürtel am Bett. nicht nur Gürtel, Junge. Nein, aber so ist es. RP ist nicht mehr gleich RP. Und die Leute, die selber nicht spielen und sondern nur zugucken, die wissen davon gar nichts Bescheid. Die haben keine Ahnung, was da im Hintergrund läuft. das läuft nämlich so ab, das gewisse Spieler, ähm, die fangen mit Ciao an und ist ein Spieler. Das heißt, wenn du Connections im Team hast, Junge, du kannst, du wirst gebannt und dann machst du dir neuen Account und wirst wieder gewidlistet. Du wirst 16 Mal gebannt, Alter, und wirst immer wieder gewidlistet. Du kannst alles machen, was du willst. da gibt's keine Bestrafung. Hallo, Jamal Jackson, vielen lieben Dank. 3-0 an der Stelle. Und dieser ganze Beef und alles, Alter, wenn du irgendwie im RP mit irgendwelchen Gruppierungen Stress hast und die sagen, ja, du bist voll der Schmutz und so und dann fangen die sich aber auch an zu ziehen wie Kicker und klauen deinen in Anführungszeichen Style, ne? Und machen alles nach, was du auch machst, aber du bist der größte Loser für die so. Ist auch so. Woher kommt denn dieses Tag, Tag, der Herr und alles? Woher kommt das? Irgendwo hat doch irgendeiner damit angefangen. 18th Street? Es gab auch Leute, die gesagt haben, alle, die im RP sagen, absolute Schmutz, Schmutz bleibt Schmutz und dann haben die selbst damit angefangen, da zu sagen. Aber so richtig auf Cringe-Basis so. Huber war ein Vorreiter für ganze RP-Community, wie sie heute ist. Ja, aber schlechte Seite davon, ne? Ach, Töbchen, da liegen sie dir her. Und der Exe-Fo, die Dankeschön für die Wüste haben und 13. Grüße. Ja, schlechte. Also, man kann es, man kann es als schlecht definieren. Wenn du Saturn mit dem T5-Dings machst, dann Saturn. Saturn. Junge, auf diesen Styles, Alter, haben sich heute YouTuber ihre, ihren Kanal aufgebaut. Wo hat man zuallererst mal die Manager gesehen? Mit diesem und, ne? Wo sind sie schon mal überfahren und all die ganze Kacke? Das war auf Homestead. Und heute gibt es YouTuber, die das gleiche machen. Die irgendwo hingehen und reintrollen und bla bla bla. dem letzten kurz kurz den Stream auf gehabt, jedes fünfte Wort war Ja, aber das ist auch nicht mal so schlimm, dass die Leute das machen. Schlimm ist es aber nur, wenn die Leute sagen, ja, jeder, der so redet, ist absolut das Wort mit B und all so eine ganze Kacke, aber die das dann insgeheim selber machen. Das ist die größte Form der Anerkennung dann, aber es ist einfach so widersprüchlich, es ist einfach dumm. Und ich habe keinen Bock, mich mit dummen Menschen zu beschäftigen. Wie sie nicht alle heißen auf dem Weg, den ich schon gegangen bin, die ich kennengelernt habe. Was heißt kennengelernt? Die ich entdeckt habe, Alter. Ich will damit einfach nichts zu tun haben, weil er meinen Kopf fickt. Aber das ist nun mal so. Keiner davon kann uns verändern. Schau mal, bist du überhaupt hier noch am Farm? Junge, ich renne schon seit zwei Stunden hier rum, Alter. Hm. Was gibt es zu essen heute? Weiß ich nicht. Wir sind alle nur arbeiten hier im ganzen Haus. Ich habe echt keine Ahnung, was es heute gibt. Was ist denn das Arbeiten? Das ist, wenn man produktiv ist, Da Vinci. Und nicht vom Content anderer lebt. Mit seinem fetten YouTube-Kanal. Aber ... ... ... ... ... ... Ach, ignoriert das Spiel einfach, weil ich spiele. Das ist hier Just Chatting mit ein bisschen, äh, mit Bild. Falscher Hase. Was ist denn falscher Hase? Was war falscher Hase? Nochmal, Jammer. Kumu. Nagbraten. Inschallah, irgendwann Lotto-Millionär. dann hole ich alle in ein Haus und Jammer kocht für uns. ... Jammer wäre eigentlich der perfekte Kandidat für Big Brother, Alter. Bitte helfen Sie mir, Mauli und Memo drehen langsam durch. Solche Streams sind auch nice, Quatsch ist auch mal interessant, so kriegt man auch einen Einblick hinter den Kulissen. Ja, aber damit füllst du eine Stunde und ich meine, ich rede sehr, sehr oft darüber, ich weiß es selber, Alter. Das ist eigentlich, ich bin eigentlich schon eine laufende Meme, was das betrifft. Aber das New World-Ding dadurch ab, was Abstand zu GTA-Modding und so weiter gehabt, aktuell wieder mega Bock. Ja, aber so ist das auch, ne? Das haben, glaube ich, einige Leute auch noch nicht gelernt. Man muss, egal was man macht, immer mal ein bisschen Abstand nehmen. Wo ich ein Jahr nicht da war und gar nichts, also kein GTA-RP gezockt habe, so großartig. Und auch mal aus dieser Twitch-Bubble verschwunden bin, das war gut. Das war echt gut. Das war zwar radikal und heftig, weil es gibt auch Leute, die gucken zu, nicht nur wegen GTA-RP, ich meine, guckt euch jetzt an fast, ne? 440 Leute in New World und ich bin nur am Quatschen. Für die ist das natürlich doof, sodass das Programm irgendwie dann weg ist. Aber es ist nie verkehrt, mal aus der Bubble auszubrechen, einfach mal was anderes zu machen. Und einfach mal auf alles zu scheißen. Und vor allem auf die Zahlen und alles zu scheißen. Man kann ja sein Main-Game haben oder seine Main-Sache. Alles cool, hat irgendwo jeder auch. Wir sind nur wegen du bloß, ja. Für mich ist damals Welt zusammengebrochen, hab tagelang geweint. Einfach mal eine Horror-Game-Woche einstreuen. Ja. Ja. Ja, ja, hat schon einer erzählt im Chat von und dann kann man auf einmal 30, ja, ja. Ja. Das siehst du die Leute nicht, wenn die Röhrenbildschirme haben. Ja. Oh, Natte kommt auf, war ein bisschen. Umlagern, Junge. Muss ich mal Mila fragen, Oma. Ihr habt ja gesagt, Outlast 3 kommt nächstes Jahr mit Co-op, ne? Jo. Boah! Hallo. Ich fand dieses hier, was wir gezockt haben, mit Way Out und so, fand ich aber trotzdem cool. Co-op-Games sind eh immer geil. Aber momentan hab ich halt New World. Ich könnte jetzt Human Fall Flat noch zocken, aber warum? Zock einfach dat. Grown-It kommt Big Update am Mittwoch. Fuck Grown-It, Alter. Story-Corp-Games sind cool. Ach, der einmöse Sau. Hallo, Silvi! Halt, Junge. Far Cry. Brennady, du musst Taumbot... Ja, ist... Okay, das wird sich nicht ändern, sag ich dir jetzt schon. Entweder beißt auf die Zähne... Wo ist das Tammfeld? Hier. Entweder beißt auf die Zähne und ziehst durch. Oder du beißt nicht auf die Zähne und ziehst nicht durch. Mila und Curtis ein Lego-Harry Potter, da seh ich die. Ne, aber dieses andere Harry Potter-Game, was kommen soll. Dieses MMO. Ne, ist kein MMO. Was ist dat? Wann kommt dat? Dinge... Boah, Bruder, hab ich ja richtig Bock drauf, Alter. den Zauberstab zu schwingen, Junge. Mit offener Hose, Junge. Harry Schlotter, Alter. Curtis Fungali ist mein Zauberername. Gefürchtet und berüchtigt in der Gary-Mod-Server, Junge. Bin doch schon lang. Ach, Mila, Mann. Du hast nicht ein Wort gesagt, oder? Mila? Ne. Wenn ich hab dir vor einer Stunde gesagt, komm ruhig, Team-Speak, wenn du möchtest, denk mir so, hä? Hallo, Mila. Ne, ich hab nicht geguckt. Ja, weil du mir keine Antwort galtest. Du hättest ja auch mal Hallo sagen können, ne? Du hättest ja auch mal Hallo sagen können! Ey. Genau, du hättest die Klappe. Los, Baby. Fickin, fickin. Nein, äh, hau ihn. Na, hau ihn. Scheiße, was hab ich gesagt, Alter? Ah, VOD ist eh gemutet. Zum Glück. VOD ist gemutet. Nein, die hören mich, fuck. Ähm, hi. Jamal ist übrigens ein Penner. Der ärgert die Mila immer. Der versucht, die immer wütend zu machen, weil das so lustig aussieht. Mila, wie geht's dir? Gut. Was spielst du? Nix? Oh, du bist so ärgergetrimmt, ne? Oh, geil, da kommen jetzt die Donations. Nein, nein. Nein, nein. Du klingst aber böse heute. Aha. Beef zwischen Jamal und Mila ist so elf von zehn. Junge, der Jamal provoziert die immer. Ja. 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 Halbe Beatty, Alter. Ich geh doch kein Ampsum, sagt er. Hehehe. Streamt Mila auch vor süße Stimme, sagt der Nate Mila. Hast du eigentlich Monster unterm Bett? Ja. Oh. Kommst du auch in den New World bis in Hamfarm? Hey, sorry. Auf die Faust zu ballen. Ja. Weiß ich doch. Ich wollte doch nur lustig sein. Tut mir leid. Behaupt mich, bitte auf die Frühzeit. Hehe. Alles Gute. Du bist halt ein bisschen aggressiv. Nicht? Nein? 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 Oh mein Gott, Alter. Ich weiß genau, wie du dabei aussiehst, Junge. Junge. So die Faust geballt so gegen das Gesicht und so ein ganz böses Gesicht. Pass auf, was du sagst. Mila Elma Agro ist so. Die hat ja auch die Texte geschrieben für Flair. Oh, der Beat ist gut. Ah, fünf Level noch. Und Mila, was gibt's heute zu essen? Okay, Mila, dankeschön. Ja, Rakim, hab ich von dir auf deinem Twitter gepostet, gab mal. Ich kann nicht denken, dass du hier meinen Hamf kriegst, Junge. Hast du denn gut geschlafen? Hast du denn gut geschlafen? Hast du geschneicht? Nein? Möchtest du mich auch mal fragen, wie ich geschlafen habe? Möchtest du mich auch mal fragen, wie es mir geht so? Oder eher nicht? Bisschen einseitig, ne? Schön, dass du dich daran erlustigen kannst, oder wie man das nennt. Ja. Ich brauch, ich brauch, ich brauch ein bisschen Liebe. Äh. Ja, mir geht's gut. Das seelische Wohlempfinden ist auf einem Top-Niveau heute. Ne, Geld ist noch nicht voll. Allerdings musst du dir sagen, Rebeat. Wir kicken Leute, die inaktiv sind, ne? We need that. We need that. Platz. Ja. Tag, Rati. Und Edgar Wallace, dein Nachbar, dankeschön für die WeSlam 12. Ein Jahr. Hast du schon mal nach Alternativen zu GTA RP gesucht? Also RP in anderen Spielen? Ähm. Ne. Aber wenn es was geben würde, wüsste ich das. Gibt's da Alternativen? Ne. Nicht wirklich. Ja, Rebeat, warte aber noch von dem Server-Trance, ne? Weil es kann sein, dass wir, dass wir abhauen von hier. Aber ich denke nicht. Aber es kann sein. Ja, vielleicht. Mal gucken. Halt noch sein. Und Faxi, danke schön für die WeSlam im 43. Monat. Und sonst so, Mila? Ja. Genau, wir rekrutieren nur Leute mit einem Angebot. Und du musst mich im TeamSpeak mit Zer ansprechen. Und jede Woche muss jedes Mitglied mindestens 5000 Gold in die Gildenkasse einzahlen, damit ich mich daran bereichern kann. Wer wollte einen meinen Kampf klauen? Wer wollte einen meinen Kampf klauen? Okay. Angebot sind wir bei TE. Ich habe eine Ehre. Okay. Wir machen den Platz. Okay. Okay. Wir machen den Platz. Wo sind die 5k, Rakim? Jeder muss in die Gildenkasse einzahlen. Keiner hat was gegen Angeln, aber gegen Angelbots. Oh, du hast fast 20 Level gefahren, seit du da bist. Boah, Prepper. Prepper macht Auge auf meinen Skills. Wo ist die Gild? Was haben wir drin? 100.000, Jamal 2000 abgehoben, einfach so. Eigentlich muss das Konsequenzen geben, ne? Ja. Ich halte mich von MMORPGs fern, warum? Weil wegen Suchtgefahr oder weil es keinen Spaß macht? Oh, meine Taschen sind gleich voll. Hi. Ein Mix aus beidem. Wo warst du, Mila? Darf ich fragen? Und? Gut. Ja. Super. Und dann lebt sie. Hat Spaß gemacht? Kommst du mit den Füßen eigentlich auf den Boden, wenn du im Klo sitzt? Der hat seine Treppe. Bruder, wer zum Teufel hat Azad in die Playlist? Nate, warum packst du Azad in die Playlist? Oder Güfi war das, Alter? Ich meine, der Lied ist nicht schlecht, aber... Ja, stimmt auch wieder. Mit Hörkärchen ist eh gesünder. Hast du ein Video von Karl S. gesehen? Der gesagt hat, hat man einen krummen Rückenbrauch beim Kacken. Ja, nehme ich jetzt immer so ein Lineal mit. Ja. Hä? Mit Lineal geht auch? Ich habe Geo 3 immer als Flugzeug benutzt in der Schule. Mit Kuli. Deshalb habe ich auch so gute Abschlüsse. Kamila geht es eigentlich New World-Spieler immer noch, nicht? Shapes 2021. Und einmal bitte Ausrufezeichen Güfi. Was sagt der? Junge, der soll arbeiten und nicht auf... Ich rufe seinen Chef an, Alter. Und schreibe seine Sponsoren an. Ja, klar. Hast du dir die Sachen noch nie durchgelesen? Ach, das ist in der Playlist. Das ist in der Playlist, Mann. Ne, ist es nicht... Was habe ich denn... Hä? Wart mal, stopp! Warum ist denn die... Wo ist denn die... Was? Wo ist denn die Playlist denn? Die heißt doch G-Shit. Ne, warum ist die so klein? Ja. Keine Ahnung, machen wir die an. Ne, nicht die. Ne. Sie... Oh mein Gott, ich hatte die falsche Playlist an. Machen wir die an. Du bist ein Noob. Wann kriege ich meinen Waffle? Bah! Hast du heute irgendwas geplant, Mila? Ne? Hast du heute nicht irgendwas vergessen? Hast du heute irgendwas nicht vergessen? Bist du sicher? Tut schon ein bisschen weh in meinem Herz, ne? Ne, ich hab auch nicht Geburtstag. Immer ver... Was? Nein? Wann haben wir uns kennengelernt? Hattest du ein bisschen Angst? Hattest du ein bisschen Angst? Nö, ey. Hat einer gezählt, wie viele Runden ich jetzt schon gelaufen bin? Und außerdem sehe ich Jamaa nicht mehr. Jamaa, du kannst mich mal, ne? Und Space Pirate habe ich auch nicht gesehen. Wo sind die alle? Ja. Wo ist der schon wieder, der Lulatsch? Alter, will der mich prellen? Ja, Maa! Hast du den, ne? Ja, der musste grad schon. Ja, der musste grad schon. Ach, ja! Ich bin in der Stadt Inventars voll. Okay. Ist genehmigt, hab ich erlaubt. Wo ist der Vater eigentlich? Vater, der war grad im Stream. Kommst du nicht mehr, weil du sauer bist, weil du kein Konsum mehr bist? Du bist kein Konsum mehr, weil du einfach irgendwelche random Leute in die Gilde erweitert hast. Die irgendwas von Power-Leveling und 300 Euro geredet haben. Du alten Kicker, du... Du alten Kicker, du... Keine Kicker. Keine Kicker. Er wäre... Gibt es Seide auch? Ja, 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 alles, Seide, alles. Ja, ja, auch, auch. Nie, Glück, Alter. Vielleicht ist doch wieder eine Pommesse-Suche, die... Ja, soll er machen, soll er machen. Kriege ich den einfach gleich. Kein Glück, Junge, ey. Die FIFA-Points haben gelohnt. Für was wird eigentlich gefarmt? Damit Jamar Berüstungsschmied auf Skills 200 bringen kann. Der ist bei 175. Hinten schmeckt. Und dafür brauchen wir sehr viele Sachen. Damit ich, äh... eine Rolle mach beim Rennen. Und weil ich ein starker Typ bin. Ja, hast du schon mal erzählt. Mein Gott. Jeden Tag die gleichen Stories. Außerdem soll jeder meine stillernden Muskeln im Spiel sehen, damit die mich bejubeln, wenn ich vorbeiläufe. So redet man aber nicht mit seinen... Maul. Ich wollte dich gerade beleidigen, aber ich dachte mir, du bist kleine Mann. Du hast kleine Schniepel. Besser nicht. Egal. Glückangebot ist immer noch hier. Und bewegt sich sogar. Und Rati, danke schon, du bist am 13. Bezahlung für den Angebot. Klapper. Jetzt wieder 20 FPS. Ja, mal. Ja, mal. Ja, mal, Kusch. Ja, mal, Kusch. Ja, mal, Kusch. Oh, ne, das ist mir zu traurig hier. Ja, mal, Kusch. Ja, Bruder. Was machen, Alter? Wo ist Nath, der wohl hier Tränke tauschen? Ja, mal. Der kann doch nicht schon wieder AfKar sein, Mann. Naja, können wir nachher machen. Ja. Und jetzt, wo er denn vorigert, Jo? Ey, wo ist denn der? Weiß Party. Ja. Der war Knutsch. Ich bin hier, Halle. Boah. Boah. Boah! Hast du deine goldene Rüstung angemalt? Nee, das ist ein Ding, du hast ein Auktionshaus. Nein! Hoi! Danke! Aber das erhöht nur den Lack, ne, Space Pirate, du kriegst dadurch nicht mehr Dings. Ja, ich weiß, das ist auch der Twitch, also, ich weiß, ja. Lass mich in Ruhe. Boah, wo ist der? Gebt mir schon wieder auf Nüsse, der Typ, ne? Der steht doch bestimmt hier. Wo ist hier Red Light District? Hier. Gamma? Der will mich doch verarschen, der Typ. Oh, ne, schimm mal gut. Okay. Und? Okay. Vielen Dank. Okay. Ich misse kurz auf Jomawa in dem Dummkopf. Hallo, Tee. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wie? Ey, der... Jomawa... Junge, der gibt mir so offen Nüsse, ne? Ja, weil ich weitermachen will. Ja. Was ist das denn hier für ein Arbeitsumfeld? Der denn her, Junge? Ja, und zack ist er, guck mal her. Ich glaube, der rischt sich. Ich glaube, der rischt sich. Ich habe Hunger. Milo. Ich habe Hunger. Hunger. Ist was, Imperativ, Junge. Ja, wo bist du, Junge? Ach so. Oh, du hast ja Nerven, Alter. Komm mal her, ich habe 10.000. Windkreis. Ja klar, das ist ja das, was wir verarbeiten alles. Na ja, Wasser eben kurz für Tränke. Und die dann für einen Cent im Auktionsaufstelle wahrscheinlich. Oder wegschmeißen. Ich bin unten am Wasser. Ich bin unten am Wasser. Hallo. Bitteschön. Äh, machen wir gerade. Ende wo? Machen wir gerade. Sind wir gerade für ein Farm? 175 haben wir. Oder schon ein bisschen höher, weiß ich nicht. Los, Jammer. Ich habe übrigens noch zu Hause Seido und alles. Ne, das gebe ich dir auch. Also, in Everfall. Ich habe auch 185, dauert so ewig bis bei uns auf dem Server. Ja, aber... Junge, dieses Spiel. Was ist mit dem Spiel? Ich laufe da und spaut ein Portal in mir. Ich bin stuck und kann nicht anstuck machen. Das haben die extra gemacht. Nur um dich zu ärgern. Ja, machen wir mal ein bisschen was. Boah! Was sind die wert? Wahrscheinlich 1 Cent. Nee, 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 nee Ja, mach ich da wahrscheinlich Verlust mit. Nein, mach ich nicht. Bitte kaufen Sie meine Heiltränke, bitte. Bitte. Bulli, das habe ich jetzt nur gemacht, weil ich den Stuff eh dabei hatte. Wenn man eigene Low-Leveler kaufen. Oh, ich habe die Fische nicht verkauft bekommen. Oh, ich habe die Fische nicht verkauft bekommen. Oh, ich habe die Fische nicht verkauft. Hier. Mide. Ja, nachher wieder Lideform, ne? Und jetzt wieder ab aufs Erdbeerfeld, Junge. Gib ihn. Wir farben jetzt alles mit Nate farmed. Ich farmed, Jamar. Tempa ein bisschen, Spicy farmed auch ein bisschen. Okay, boah, dann sind wir schon ein paar. Man muss Gifino ran in den Speck. Und Maximoto, dann schüpfel du bist ja beim 38. Biti farmed auch mit der Dau 3K jetzt. Das ist gut. Habt der mal in sechs Pflanzen vorbeilaufen sehen? Boah, was sagt der da denn mal? Ich würde den ein bisschen, ne? Bisschen, sagt der. Jetzt wäschst du in einem Knecht, naja. Ich habe auch fast drei. Das ist die Juri farmed auch mit. Das ist sexy. Das gibt bald dicke Gier dann. Ja. Das ist die Pause, die geht nix, Junge. Das ist die Pause. Das ist die Pause, die geht nix, Junge. Nee. Weil Jamal hat mich seit Tagen vollholt. Ich krieg da nicht gelähmt. Ja. Hast du mich schon verstanden, Kollege? Vollgeholt. Ja. Junge, du bist da schön gemütlich am Kauen, ne? Und wir arbeiten für dich, Junge. Pass ja auf, Männeken. Nein. So. Schön seine dicke Pizza am Essen, Alter. Du, Ruhm. Hallo, Serser. 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 Bald auch mit eigener Facebook-Gruppe. Und Clantec vom Name. Ja. Jeder muss, jeder muss Charakter löschen, neuer Name. Hallo, ihr müsst mich Serser nennen. Du musst mich ab sofort Serser nennen. Mit Serser ansprechen. Ja, Abi geht auch noch. Bumba, Ibiade. Hallo, Puma, du Napa-Skillend. Und danke für die Weesam-15. Ja, wir gehen heute Abend wieder Elite-Farm, ne? Und die Kisten. Wer ist denn Tyrone gepanzert, der Junge? Ja, redet doch noch alle. Das merkt man richtig. Versteht man jedes Wort. Und deshalb ziehe ich hier eigentlich keinen hoch. Ihr Dummkörper. Ne. Das ist ja... Hallo, Mibio. Oh, Mibio war auch schon zwei Tage nicht mehr online, ne? Das geht so nicht, mein Kumpel. Wir brauchen die Aktivität. Wir wollen unseren Casual-Status, äh... Wollen wir... Entfernt. Wir wollen richtig Hardcore-Gilde sein und World First zahlen. Im PVE. Metall. Ich bin Metall-Garuh-Homon, Junge. Die bewirken, dass, wenn ein Mob auf 30% HP ist, dass du 20% mehr Damage machst. Also Execute. Alles für die Burst, Junge. Alles für die Burst. Ach, das ist der Finn. Gut. Das blaue Pigment nimmt aber nicht. Das ist meine. Gib mir Glück, bitte. Kein Glück. Wenn ich in der Gilde 50 Gold in der Woche spende, sind wir dann sponsored by Temma? Ja, ja, ja. Ich schreibe da auch mal Buffed an und frage, ob ich für die Werbung mache in seinem Stream. Vielleicht kriegen wir dann 128 Teams-Mix-Server. Was? Das ist nur so. Das ist nur so. Äh, Diamanten-Rati. Diamonds. Aber ich glaube, ich wechsle auf diese Onyx-Dinge, auf die schwarzen. Weil ich brauche kein Element-Damage-Absorb. Ja? Du? Tankstelle? Hier bei mir sind, hier bei mir sind Öldinger. Temba. Sag ich dir sofort. Man sagt nicht mehr schwarz. Man darf nicht mehr schwarz sagen. Ja. Nein! Ja, Weber-Morst. Aber der ist noch nicht mal 30, glaube ich. Oder? Sorry, sorry, Alter. Ruhig dich. Puma ist ein Quatschkopf. Was ist denn mit dem Ding da vorne los? Oh, der hängt fest. Oder nicht. So, ich habe jetzt schon 20.000 selber abgeliefert, ne? By the way. Ich bin noch am Knebeln hier. Hätte ich mal eine Plus-Muskel. Dann wird das schneller gehen. Oder sonst Gott, die Teleport hat. Warte, das wäre insane, Alter. Oh mein Gott, das wäre krass. Da würde ich mir aber den Timer stellen auf dem Handy. Okay. 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 Hast du schon mal gegengerechnet, Jamal, wie viel du brauchst? Ach der, der ist so ein Kusselkopf, ist das? Hallo, Franzi, du Ärgerin. Die muss ich schnell holen. Haben wir Glück, haben wir Glück, haben wir Glück? Haben wir kein Glück. Okay. 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 Glück in der Liebe, Pech im Spiel. Was geil wäre, wäre so ein Arbeiterboot oder so Arbeiter, die man anhören kann oder finden kann oder kauf kann, die du dann so fiktiv auf Missionen und Farm stehen kannst. Kannst du doch. Durchs Auktionshaus. Kannst du so Aufträge machen. Wie, sind wir gleich schon fertig mit Dings? Ja, musst du zwischenlagern, irgendwo anders. That's the way to go. Ja. Lager alles zwischen. Musst du organisieren. Das wird dann einem Stück durchgeskillt. Das sag ich dir aber. Ja. Wir können ja auch einfach für 20.000 einfach im Auktionshaus kaufen. Was ist denn jetzt los, Junge? Also ein paar Sachen, weißt du? Nein. Wir machen eine Sache erstmal fertig. Ich hab dich eh schon zum Siedler runtergemacht. Als Strafe. Erster Strike. Warum bist du nackt, Junge? Damit dein Gras an den Eiern kitzelt, Junge. Ich hab dich runtergestuft. Ja, komm, mach auf Fade. Mach euch noch Fade. Wenn ich dir jetzt sag, wie ich Geld mach, dann ist das ja kein Geheimnis mehr. Wie viel brauchen wir? Ja, aber ist das schon gut. Sind wir da schon gut dabei? Ja, aber ihr macht das ja für die Gilde. Weiß ich nicht. Vom Sir, vom Sir. Oha. Kuguboss. Kuguboss. Hatsi, tut das. Stimme, ich promise mich. Und Fanky dann geschüpfelt, du wirst am 34. Monat. Geil. Das, was am schwierigsten zu besorgen ist, wenn wir wahrscheinlich ein bisschen einkaufen. Wir sind eine Gilde. Wir müssen zusammenhalten. Memo wird auch degradiert. Dreieinhalb Stunden schon hier eine Pommes, alter. Junge. Ich hab nicht zugehört. Äh, langsam krieg ich Hunger. Ich hab nicht zugehört. Ich hab nicht zugehört. Ich hab nicht zugehört. Auch drum... Oh, weggespawned. Wenn jetzt 30 Leute curl, das Report und das Stream heute aus. Das stimmt. Aber wir machen mal zur Testzwecke nachher. Nachher. Als Testzweck. Ähm, Spam Report wegen meinem Namen. Mal gucken, ob ich ein Namechill kriege. Ich nicht. Ich will mich Socke nennen. Ich will Socke heißen. Nein. Ich bin Socke der Kriegerjunge. Oder Hoodrichert. Boah, der Film ist gut, ne? Die wollen mein... Hahaha. Nein. Hallo Shinorio. Hallo Shinorio. Hi. Hallo Shinorio. Hallo Shinorio. Hallo Shinorio. Hallo Shinorio. Boah. Bekommst du nicht made, wurde gebannt wegen Name, aber keinen Change bekommen? Doch, kriegst du hundertprozentig. Wenn du wegen dem Name gebannt wirst, musst du den changen. Tolles Gefühl, Feierabend zu Hause, reingehörtes Online-Döner zur Hand. Ich hatte heute auch Bock auf Döner, ich bin ganz ehrlich. Die haben dem gesagt, der soll einen neuen Char machen, das glaube ich nicht. Also beim besten Willen nicht. Die können doch nicht zu einem Spieler sagen, du bist Level 60, fang von neu an. Weil wenn du den Namen nicht ändern kannst, wirst du ja immer wieder dafür gebannt, der gibt gar keinen Sinn. Was denn? Ja, so nimmt man sich ja auch nicht, älter, ja? Ja, aber wenn die vielleicht Low-Level ist noch. Oder meinst du jetzt, sie konnte den Namen dann ändern? Ja. Ja, vielleicht, wenn du Low-Level bist. Bomfer zum Beispiel musste Name changen, weil der schon Level, was weiß ich, was war. Mir geht's gut. Boah, jetzt ist keiner mehr hier, ne? Jetzt geht aber ab, Alter. Ja. Ja. Du musst da warten, einfach bis Leute kommen. Wie die bezahlt für alles? Kenne, wer meint, hier sind wieder tausend Leute. Die Mass-Report-Mechanik fuckt aber, ja, oh, das stimmt, weil einfach diese ekelhaften Massengilden hat einfach komplett exploitend das System. Das stimmt. 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 Ja, also, das war Beaty, okay. Never Mind. Wir müssen heute Abend wieder dahin Hier Denver Knutsch, das ist Öl, guck mal Warte, ich muss Screen wechseln Bevor Amerika das sieht Ja, mit Spitzhacke Weil Öl ist ja nicht flüssig Das war nicht man. Und dann sind wir wieder mit dem 2K-Ever-Trio hat zwei Territorien verloren und dann nachher auf einmal viele Gegner gebannt. Hey, wie im GTA-RP, ja. Ich kriege noch 10 Euro. Halt die Klappe denn mal. Was war mit Bezug auf Ölabbau? I don't understand. What? Die Frage ist, wie oft du hintereinander einen 24-Stunden-Bahn-Wingsort bekommen kannst, bevor du perma bist. Ich hoffe, dass hier so wenig ist, weil wir hier am Farmen sind. Prepper, ich habe nie gefarmt im LP. Das ist doch das dümmste, was es gibt. Wo bist du denn, BT? Du bist nicht hier, wo wir sind, ne? Achso, da. Nee. Ja, klar, habe ich mal gefarmt. Aber nie so hardcore wie ein Cooper oder so. Dies geht nix. Nein. Egal, ich habe auf Alternate in Centorno gefahren. Mit der Flashlight zusammen. Nein. 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 Die müssen doch hier gleich respawnen, Alter. Aber Farmer sind wichtig für Server. Wo kommt denn so das Geld her, das ihr erpressen könnt? Bruder, die geben das nicht mehr raus, selbst wenn du die erpresst. Und aus der PP-Berufe, genau. Boah, auch mal schon. Spezialist, Alter. Zwooteinheit. Hm, hm, hm. Suppenküche. Warum haben die da damals Suppenküche genannt, Junge? Was genau wollt ihr craften? Rüstungsschmied auf 200 bringen. Genau, Armoring. Oma hat recht, Oma wird Experte. Ja. Ja. Latte Macchiato, alles ist full. Auf wat? Macchiato? Ich hab immer gern diesen Starbucks-Dings getrunken. Und dann hab ich letztes Mal ZDF Besseresser geguckt auf YouTube. Übrigens beste Sendung. Oh, Harvesting auf 200. Junge. Dann hab ich gesehen, was da alles drin ist. Schmutz. Ja. Ja. Nein, nein. Ich hab ein Glück. Die Arme, die man craften kann besser als die von den Bossen oder so. Äh, ja. Pass auf, das System ist so. Eigentlich total bescheuert. Wir zocken auf Utgard. Wenn du 60 bist, hast du einen Grund-Gear-Score, den du finden kannst draußen in der Welt und auch in Instanzen von, ich glaub, 510. Dann musst du die ganze Zeit, jetzt wenn du Gearen willst ohne zu craften, musst du die ganze Zeit Elite-Bosse töten und Elite. Normale NPCs. Und dann dropp vielleicht mal ein paar Schuhe auf 515. Dann wird dein Gearscore quasi, dein Watermark nennt man das, auf 515 angehoben. Und du kriegst nichts Besseres als 515er Schuhe. Und irgendwann droppen 520er. Dann kriegst du auf einmal 520er Drops und immer so weiter. Und das einzeln für jedes Teil, ne, Kopf, Brust und so, und das auch einzeln für jede verschiedene Waffe. Also das dauert echt seine Zeit, bis man da guten Stuff findet. Und mit Craften kannst du halt sogar auswählen, was für Stats drauf sein sollen. Also gewisses Sitz. Hättest du dir so einfach verkauft? Na ja, wir formen den Shit selber. Aber 4K ist nicht so viel. Aber trotzdem danke. Du musst das Gear aber nicht anziehen. Du musst das nicht mal aufheben, damit das für dich zählt. Da gibt's ein Interview mit einem Dev von dem Spiel, der das bestätigt. Nein, musst du nicht mal aufheben. Und wenn du dann craftest, kannst du quasi selber bestimmen, je nach Metz, welche Gear-Score richtig, richtig, ja. Du hast dann so eine Range, ne, mit den besten Materials ist das dann, es gibt so ein Video dazu, äh, 590 bis 600 sogar, wenn du komplett ausgeskillt hast und das Beste vom Besten du hast. Aber die Perks sind trotzdem random. Die Stats kannst du bestimmen mit Crafting-Dingern oder du bestimmst die Perks. Aber da man auf die Stats geht und dann vielleicht Glück hat. Gibt immer noch viele, die diese Low-Level-Portale machen, ne? Kräuter auch immer welche, da vorne sind auch immer welche. Hier, Natte. Ja, warum nicht? Für die Keys, ach stimmt. Aber kriegst du nicht immer ein Key an eine Fraktionstown-Bot-Ding, wenn du da eine Quest drin hast? Ja. Nicht? Das B-T-Au nackt. Ja, alle rennen sie in Unterhose rum, alter. Stimmt, den Low-Level-Dungeon kannst du auch machen für Edelsteiner, ne? Da droppen die maximal höchsten. Auch in der Anfangsinstanz. Typisch Kegge, wie? Was? Aber das System mit den Keys ist auch irgendwie dumm, alter. Vor allem, wenn es dieses Watermark-System gibt, da. Was bringt dir das, wenn du 60 bist, wenn du da durch die Instanz gehst, wenn du nur 510 AG droppen kannst? Aber da droppen Legendaries, ne? Ja. Hasi, welcher Hasi? Habe ich einen Hase umgebracht? Nein. Da mal, bist du wieder im Farmen? Bringt dir dein Level 200 Watt im Prinzip nicht. Aber ich kann jetzt oben bei dem Radar, ne? Radar, Kompass. Werden mir jetzt alle Pflanzen angezeigt und so. Die in der Umgebung sind. Die Map eigentlich, ne, die Map ist viel kleiner als Jovi. Aber die Map, wo die Data Mind, die ist doppelt so groß. Also nochmal so. Dann kommt hier noch ganz viel. Da kommen noch richtig viele Gebiete. Ich habe jetzt 2600 Faser, aber kann ich die abgehen, dass du overfarmt? Ähm. Beim Jamar. Canyon. Werden nochmal. Ich habe auch wieder 2600. Geiler Farmstream, Alter. So muss das sein. Alles leer gefarmt, der Junge. Der kommt nach Windkreis. Ich glaube, ich bestelle mir nachher einen Döner. Nein, mit Essen meinte ich Mittagessen zusammen. Er ist aber nicht an die Feierabend. Oh, gibt echt nichts Besseres als einen guten Döner, ne? Scheiße, Mac ist so ein ganze Kack, kannst du eine Tonne kloppen, Junge. Was isst du bei Burger King? Du magst scharfe Sachen, ne? Hauptsache brennt, ne? Das findet der Memo geil. Döner Teller, aber auch gut. Döner Teller, auch gut. Döner Teller, auch gut. Pommes. Junge, wer isst denn Reis dazu? Aus der hintersten Ecke, Junge. Brokkoli. Schon gesagt, dass ich keinen Bock mehr habe, Alter? Was willst du denn, Junge? Ich habe schon über 20.000 dir gegeben. Ja, fahr mal mit, sonst höre ich auf. Das ist ja am Arschlicken. Was hast du gefarmt? Junge, du redest... Fäng dich, Hase! Das ist ja nur, weil ich den Hase getötet habe. Geh weg von meinem Amp. Ja. 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 Ich war letztens bei diesem Hava-Grill von Rata, bin zwar ohne Erwartung hin, aber war positiv überrascht. Ja. Ja. Was hat er denn noch gar nicht essen? Rata bestimmt Dings-Cousin von dir. Glück nicht, Herr Minik. Boah, jetzt habe ich Bock auf Döner-Teller. Döner-Teller Versace. Und türkische Müllermilch. Ja, du kannst direkt mal online kommen und mitfahren. Boah, was für absoluter Ehrenbruder, ja. Er geht Stunde eher nach Hause, um zu fahren, Junge. Ey, sollen wir jedem 5 Euro in den Port werfen und wenn wir nachher zu Giffy sagen, der muss fahren, sagt er, ja, ich bin kurz auf K. Nein! Ja? Nee. B-T-Farm die ganze Zeit Low-Leveler. Kannst du dich direkt bei TE bewerten, B-T. Ah, ne, die rennen weg von denen. Sorry. Hä, hä, hä. Oh, mal beschützt die Low-Level-Spieler. A-N-D. Okay. Oh, schon wieder 3k. Jetzt wird langsam leer. Ich glaube, die haben alle Taschen voll. Das Schloss neben der Waffe ist dafür da, dass du die Waffe nicht zerstören kannst. Also aus Versehen scrappen kannst. Nö, ist nix Spannendes passiert. Wir sind seit 4 Stunden am Farmen. Oh, Memo, lass dir das nicht gefallen von dem, Alter. Ich kann nicht mehr. Wann hast du das letzte Mal geweint, Memo? Okay, ich frag nicht. Ja, ja, ich weiß schon, ich weiß schon. Semper weint immer, weil er dumm ist. Warum? Was, arbeitest du als Mädchen auch beim Unzugsunternehmen? Was? Ich hatte mir ein paar Sachen aus dem AHA geholt, um Rüstwert aufzustufen. Ist das Tropfen so mit dem Dropwertsystem von 510 an oder ist das dann höher? Das ist trotzdem 510. Nur, die Sachen müssen selber für dich droppen. Mila ist heute nicht lustig drauf. Ja, die versteht meinen Witze nicht. Du lachst nur, wenn ich rülpse. Ja, das ist mein Brumpfschrei. Hashtag Fanti in die Schlucht geworfen. Mila hat den getötet, nicht ich? Die hat mir bei WhatsApp geschrieben, wenn du nicht mitmachst, dann verlasse ich dich. Und die schlägt mich, bitte ruf Vollzeit. Doch, hast du. Mila hat den mal gesagt, hey, du darfst mich nicht beleidigen. Nein, ich schmeiß dich aus der Company. New World. Doch. Du Fanti-Mörder. Ja. Und im Company-Stream darfst du dann auch nicht mehr sein. Da ist der Mobot, der dazuschaut, sehr traurig drüber. Ja, Memo, du bist Memo Hulk, Alter. Was geht ab Alessio? Space Pirate, wie viel hast du schon? Nur? Ab sofort ist dein Spitzname Chupa Chup. Und weißt du warum? Wenn du Lutscher bist. Das macht mich sauer. Seit wann gibt es auf Twitch die Emojis, Alter, vom Handy, Junge? Was geht denn hier ab für eine Pommes? Seit die Gäste den Mac verprügelt hat, ist Mila richtig brutal unterwegs. Wen hast du verprügelt? Wer ist denn Mac? Hm. Richtig so. Komm mal hin. Hallo? Hi, wie geht's? Wie war dein Tag? Super. Ich bin am Streamen. Also komm mir bitte nicht nackt hoch. Was? Scheiße, war ich nicht gemutet? Kacke. Ich habe mit meinem Schwager geredet übrigens. Ich habe mit meiner Schwester, Alter. Das wollte ich mal eben kurz klarstellen. Das fällt mir jetzt erst ein, dass man das hätte anders verstehen können. Oh mein Gott. Nein, diese Gedanken raus aus meinem Kopf. Nein. Aki? Zum Glück habe ich das sinkende Boot noch gerettet, Alter. Doch. Ich habe es klargestellt. Du bist so gemein, ne? Du bist der Teufel in Person. Ja. Du bist so böse willig, Mila, ne? Du bist böse. Wer ist dein Daddy? Du bist böse. Wer ist dein Daddy? Du bist böse. Zu Glück hört man mich manchmal nicht. Ist mich. Was? Ist Mila kuschig? Ja, ja. Mila ist meine Schwester. Und wir sind zusammen. Sweet home, Alter Bummer. Ah, scheiße. Nicht, dass ich gecancelt werde, wenn ich das Lied jetzt singe. Weil das ist ja wieder so stereotypisches, äh, Dingsverhalten, ne? Von irgendwelchen Amis da. Ich hoffe, dass irgendwann mal einer kommt und mich Bauchnabel fickt. MRP. Hallo, lass mich doch mal aussprechen. Ich muss die Luft holen. Mein Gott. Tante ist cool. Wer ist Tante? Der Tante existiert nicht mehr. Der Juni hat ja abgeschossen. Mila ist doch nicht Tante, Mann. Ich habe Gold verdient. Nein, Mann, Mila ist doch nicht Tante, Alter. Wenn du wirklich wissen willst, wer Mila ist, einfach ausrufezeichen Mila in den Chat. Shapes hat die perfekt beschrieben. Juni, dieser Satz, den der geschrieben hat, verwirrt meinen Kopf so sehr, ne? Das tut weh, Alter. Nee, Glück. Nee, Glück. Ich habe so viel Hunger, da ich vor lauter Durst gar nicht weiß, was ich rauchen soll. So müde bin ich. Shapes. YouTube ist auch gut. Kurt, Squish, dein YouTube-Kanal ist weg. Also, den gibt es nicht mehr auf YouTube. Jo, gut, das passiert, Alter, wenn Da Vinci einmal den YouTube-Kanal deaktiviert, ne? Fuck you, sagt er. Jetzt müssen wir aber auch einmal nochmal Gyfi hinterher schieben. Nie Glück. Wir brauchen Intelligenz. Oh mein Gott. Also, ich habe mir jetzt mal die Angewissung gelesen. Es gibt tatsächlich keine Autobahns. Sollte jemand seiner Meinung nach zu Unrecht geantwortet sein, wenn ihr euch bitte direkt im Support? Denn es dürfen keine Bands ausgesprochen werden, welche nicht begründet und belegt werden können. Sonst habt ihr einen Anspruch auf eine Kompensationsbelohnung. Es gibt aber trotzdem Autobahns, Bruder. Selbst wenn er da drin steht. Habe ich live bei dem Streamer gesehen? Habe ich live gesehen, wie einer gebannt wurde? Wegen Spam Report. Er korrigiert Autokorrektur einmal was und vergisst ein Wort. Nate gibt's nicht. Das würde doch den Rahmen sprengen, Nate, weil er einen dummen Sprüchen, die den jeden Tag ablässt. Das wäre Spam, Alter. Imagine. Und was hat er letztes Mal gesagt auf den Nifty Pommes, Alter? Irgendwann mit Geologie oder so ein Shit. Ja, Bruder, nicht schnell genug. Warum habe ich eigentlich keine Skills mehr? Welche Legenden? Ja, Rebeater, das ist aber egal, was die verneinen oder was die sagen. Es gibt dieses System. Vielleicht sagen sie es nicht, weil sie sich schämen. Ballers? Was für ein Ballers kommt? Achso, ja, stimmt, das ist Legende, Alter. Das war das... Ich weiß nicht mehr, wie der hieß, der das geschrieben hat damals. Voll langweilig hier. Schieß mal ein paar Ballers in den Kopf, Junge. Was höre ich hier gerade eigentlich für ein Lied? Boah, jetzt geht's ab, Alter. Das müssen wir einmal lauter machen. Boah, da will ich jetzt aber Waddle und Wiggle sehen, ey. Der Jam ist tot. Nein, Leranta, eh nicht so spät wie möglich gehen. Erste Elite-Farm, bis Gearscore hoch ist. Ansonsten droppt nur Müll. In den Instanzen. Ne, warte mal, das war das Lied gar nicht. Wad, mach ich den kack, den lauter. Das ist aber trotzdem gut. Beim Level Elite, nein. Wenn du 60 bist, gehst du erst Elite töten. Damit du deinen Gearscore, dein Watermark-System pusht. Damit überhaupt High-Item-Level-Items droppen können. Und dann gehst du erst Instanzen. Das ist ein ekelhafter, schäbiger Grind. Und da brauchst du auf jeden Fall eine Gilde für. Solo ist da nicht. Oder Gruppen. Kannst ja immer irgendwelche Random-Gruppen anschließen. Geht ab, Philipp. Normaler, hinten links ist ein rotes Erz, ne? Und wer dreht das schon wieder mit seinem Mikrofon durch? Ja, das ist klar. Aber beim Leveln, während ich level, eh nie so früh wie möglich. Damit ich schnell mein Gear ein wenig verbessere. Ach so. Ja klar, wenn du levelst, gehst du tanzen. Allein schon für die XP. Du kriegst aber auch saugünstiges ein Gear im Auktionshaus. Was ist denn mit dir, Junge? Ach so. Mila? What you do? Oh mein Gott, du übersteuerst. Was machst du da? Ja, was hast du gemacht? Bubble doch nicht, London doch. Was hast du gemacht, Mila? Ja. Sei froh, dass das Mila war. Sonst hätte ich dich jetzt angeschrien. Hättest du auch. Ja, du rufst die Polizei, die schlägt mich. Hab ich auch. Die schlägt mich wirklich zu einem Witz. Ach so, erst, erst, erst. Ich hab mich ins Zimmer gesperrt. Hat er gedacht, der Jammer. Ja. Nur Sidecress gerade. Die Maincress gibt unfassbar viel XP. Machen, immer machen, wenn du kannst. Ja, Philipp, alles gut bei mir. Bei dir auch? So, ich mach mir jetzt süß-saure Eier. Was? Was sind denn süß-saure Eier? Das klingt absolut ekelhaft. Oh mein Gott. Ey, wir können doch nicht gleich schon 5 Uhr haben, Alter. Wo ist die Zeit hin, Junge? Willst du stressen, Memo? Mila? Mila, hol den Hund! Süß-saure Eier, band ihn mal ein. Warum sich meine Skills nicht mehr, hallo? Ja. Junge, hier sind so viele gerade, ne? Aber ich will nicht reloaden gerade. Peck dich, Hase. Nein! Nein! Ja. Oh, Imba likes einfach. Ehrenhabibob. Wie kommen die denn weiter, Imba? Auf eurem englischen Elite-Server? Doch, die sind auf einem... Oh, oh, Giffy kommt, Giffy kommt. Keiner glaubt, man muss switchen, wir sind nur offen. Kommt zu uns, Bruder. Wir sind Stronger Company, wir halten zusammen. Wir arbeiten zusammen, wir helfen zusammen. Ab und zu gehen wir auch Red Light District zusammen. Aber ich muss draußen warten, sonst verkloppt mich Mila. Aber manchmal gucke ich durch Briefkasten. Patrick hat auch schon gesagt, dass da kaum einer ist bei euch und so. Ja, Mann, kommt zu uns. Wir haben Platz noch ein bisschen. Sobald Trans kommt, kommen welche zu uns, viele zu uns sogar. Wieso hast du den Alltag aus? Der war doch gestern Abend zu geil. Junge, der war absolut Kicker gestern, Alter. Das war richtig gut. Ja, Alter, ich hab den richtig gefeiert, den Typen, Alter. Mit dem Fischbott. Hau rein, Philipp. Ach, totgefarmt. Keine Casuals wichtig. Ja, Mann, what you're back, homie? Pass auf, Tioff. Peace. Oder ihr achtet das Space Pirate. Ich wollte schon wieder rumschreien. Oh, das Farm. Wen anschreiben wegen Invite? Ist der Jax schon online? Genau, Jaxxk. Glaub ein guter Stuhl. Bruder, ich glaub, das lohnt sich nicht mehr. Der ganze Gebiet ist so überfarmt gerade. Nee, Glück. Wo ist ein Jammer schon wieder? Hat er jetzt eine Runde gedreht, um zu zeigen, dass er hier irgendwo im Gebüsch hängt? Schloss Windkreis, was für ein Schloss? Was soll ich das vorziehen? Ah, Tio. Hmm. Kubi. Kubi. Vielen Dank. Aber wie viele Portale hier aufspawnen, ne? Ich hab auch keine Ahnung, was das für ein Lied war, Junge. Da hatte Nate wieder einen epischen Moment, als er das hinzugefügt hat. Was das Goofy? Keine Ahnung, woher das kam? Hallo, Danny. Und sonst so, hallo? Was gibt's heute bei euch allen zu essen? Auch TeamSpeak? Mömo? Nullis? Ich hab Hunger. Gute Timing, diese. Welche Timing, Oma? Essen, meinst du? Wenn's da ein großes Update gibt, oder gab's schon? Links von dir, Jamal, links von dir. Ja. Zum Essen geladen mit Schwiegervater. Denk also Schnitzel und Pommes. Boah, aber wie ein Schnitzel, ey. Diese Ape-Kurken, Ape köstlich. Lachs mit Gemüsepfanne. Okay, Reis, 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 Reis fühl ich jetzt nicht so, aber Lachs und Gemüsepfanne doch schon. Und Vibing Lizzy, danke schön für den Weezer vom Fünften. Hallo Sven. Tänke Päntchen Zeit. Tamian Nudeln? Abonara? Nein, nein. Und Hanibi, danke schön für den Bissabzehnten. Birgit. Junge, wie schnell bist du, Jamal? Spring, Nick, danke schön für den Bissabzehnten, was geht? Nix, Bruder. Farm Pommes, Alter. Und chillen. Bisschen Talken between in the side of life. Gang signs up in the sky. Testen Sie Schabagetti. Ja, alles klar. Hey, join the company. I have hungry. Ich habe heute eine Milchschnitte gefrühstückt. Ja, der ist oben auf der Brücke. Bruder, warum weiß ich das, Alter? Ja. Weil ich den auch nicht gefunden habe, deshalb weiß ich das. Da, wo die Markierung ist, ist über dir deine Brücke. Da ist der. Pendejo. Wiggle it just a little bit. Hallo, ich bin stolzer Verbreiter dieser Nachricht. Hallo, Karim. 25.000 Fasern habe ich bis jetzt gefarmt, Junge. Ja. Da mache ich schon Wege rein und waddel und wuppel und lippel und... Ja, wo ist da das? Bist du gar nicht, das war ich. Was warst du? Was war ich? Was? Haben wir Glück, haben wir Glück, haben wir Glück? Haben wir Glück, haben wir kein Glück. Ich beantrage einen Bann für Karim. Okay. Wer ist noch dafür, dass Karim gebannt wird? Eigentlich nix. Karim ist eigentlich immer nur hier, um reinzutreuen. Genau wie Hamadini. Wer macht selber Plus, Junge? Ja. 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 Plot Twist. Vielleicht ist er Hamadini. Vielleicht ist er aber auch Kid Kush. Who knows that Pokémon? Haben wir Glück, haben wir Glück, haben wir Glück? Haben wir Glück. Haben wir. Erste Mal. Mua. Bäbä. Uh. Geht wer? Geht wu? Mila. I have hungry. Haben wir noch Katzenfutter? Ja. Du hast aber gar keine Katze. Nein. Nein. Nihak. Nihak, danke schön. Du bist aber im vierten Tag dran. Was du kocht? Ja, boah. Boah. Ich weiß nicht. Kein Glück, ja. Ich bin nicht. Schackmutter. Entschuldigung. Ja. Toll, Mila war schon wieder im Napp von Simba und Nala. Oh, du liebst deine Katzen aber auch, ne, Lucky? Du hast bestimmt auch so ein Bild von dir mit deinen Katzen im Wohnzimmer hängen. Jo, Mann! Letzter Tag Saab? Warum? Weil ich keine P-Spiele? Morabu? Moment, da bin ich das von dir. Nicht schlimm, Morabu. Alles cool. Ne, wir haben kein Geld, um zu verlängern. Ach Gott, alles cool. Aber Amazon Prime ist die kostenlose Variante, um deinen Lieblings-Streamer zu supporten. Ja. Ich bin leider noch was längeres, hab gerade erst gemacht. Mein Gott. Womit hab ich den Hate verdient, Alter? Wieso hör ich mir einen Mann beim Weinen im Internet an? Vielleicht hast du genau danach gegoogelt. Ja. Ah, Junge, das kannst du vergessen. Ach, das war... Die Ducky! Meine! Außerdem ist das doch schön. Männer weinen doch auch, oder? Dürfen Männer weinen? Ja? Ist das keine Schwäche? Aber... Ja, endlich sagt das mal einer! Endlich sagt das mal einer! Danke, Demba! Endlich! Das ist mein Bro, der passt... He's getting my back, yo! Was ist denn jetzt los, Alter? Endlich! Wann hast du mich da letztes Mal verwebt, mir geht? Ich ruf dich an, oder irgendwas, und we talk in between, und das erste, warte ich hören, wie viele Subs hast du? Du weißt, ne? Unter 1500 ist... Nein, ist nicht... Soll ich die Knuddel-Chat-Verläufe posten? Habe ich gar nicht! Alles klar, Arafat! Dann mache ich den Stream aus, um dich zu hosten, und was kriege ich abends? Postbro, mit Lebensmittelfarbe! Hehehe, huuuhu! Bomfer, wann kommst du eigentlich mal wieder, Plain? Dieter schreibt... Klar können Männer weinen, wenn sie wieder nach Hause müssen, aus der Kneipe. Boah, ich werde irgendwann so einer sein, ne? Mit so 45, 50 so, ich werde nur so ein richtiger Kneipengänger sein. Und dann komme ich nach Hause, besoffen Mila, und lege mich ins Bett, und dann so... Stink wie ne schn... Hehehehehe Was laberst du, kommst mit in die Kneipe, wir gehen daneben. Wie geht's in deiner Schulterbümpelie? Oh, wir machen zusammen Kneipenschlägereien. Aber sowas gibt es bei uns gar nicht mehr. Also in meiner Gegend, so... So diese typisch deutschen Kneipen, so gibt's nicht mehr. Ja. Aber why? Aber warum? Lieber ne Chai-Latte trinken, mit, äh... Mit sonnengewachster Milch und die ganze Scheiße. Ich will Zucker! Industrielles Zucker! Hehehe! Meische! Hehehehe! Ein bisschen Snigge-Snug, Alter! Und Snu-Snu! Ja, Kevin, besser ist, wenn du die Klappe hältst. Da kommt eh nix vernünftiges raus bei dem. Ja, ja, der... Der kopiert immer Wikipedia-Beiträge, und dann feiert er sich richtig ab. Darf man das überhaupt nur sagen, so eine richtige deutsche Kneipe? Oder ist das wieder, ist das wieder dann böse? Ja, du, du kommst da rein, und da ist alles verqualmt, und da sitzt ein Typ im Blaumann. Und der sagt so, what the heck, Kollege. Dann trinkt er so aus dem großen Bier. Einer sitzt wie der Dings, äh... Spielautomaten und zockt. Monte? Ähm... Und die... Ja, aber ich war nicht gut in Schule! Ich hab nicht verstanden! Ich hab nicht verstanden! Ich war nie gut in Schule! Ich hab mir alles selber beigebracht! Vor allem kochen! Empfehle Bronson Kini auf YouTube, perfekte deutsche bayerische Kneipe! What's that? Junge, die gehen mir so auf den Sack hier, ne? Jetzt arbeite auf Burschila! Aber Barst und Kneipe sind was anderes, ja? Man, Kneipe muss so... So düster! Alles stirbt aus, ja? Ich würde doch einfach mal gerne wieder in so eine Videothek gehen, Alter! Das war immer voll... Junge, Videothek war voll dick, Alter! Gibt's noch? Bei uns nicht! Aha! Bei uns nicht! Videothek war immer voll dick, Alter! Ehrlich! Da wusste man gar nicht, wann man zuerst Raub kopieren soll! Was? Videotheken ist erstmal voll 90er! Na und? Du richtige Kneipe muss richtig assi sein! Raus! Suffe, ne dicke Kneipe! Boah, ja, Mann, Alter! Die dich beim Namen anspricht und dir schon dein Getränk hinstellt, weil die genau weiß, was du sollst! Was ist das für ne Pisser, du, Alter! Das ist auch irgendwie so Kultur, ne? Kultur! Wer ist denn der? Wer ist denn... Oh, ah, Erk! Wer bitt du? Du? Kein Glück, ja, Rapp! Ein Pflanze we have! In Berlin gibt es solche Kneipe noch! Ja, Berlin ist aber auch anderer Turf, Bruder! Da gehst du einen Ruck an den Korner, Dingern, ne? Und danach gehst du eine Küche aufbauen! Wo ist eigentlich der Carlos? Hat schon mal irgendeiner wieder was vom Carlos gehört? Sag ich dir nicht, Lucky wieder nur am Ärgern, seitdem der bei Polizei arbeitet. Der dekoriert die Küche in New World, Junge! Und Craig spielt ja auch in New World, aber der spielt ja auf dem Elite-Server. Ich bin bestimmt schon nach 200 Runden hier gelaufen. Boah, hätte ich das alles vertickt, das wäre unendlich viel Geld, Mann. Kannst du ja mal ausrechnen, 25.000 mal 0,17. Wo sind die Mathe-Genies? Rechne meine aus, bitte, wie viel Gold hat wer? Hm. 0,17, Junge. Ja, Berlin, 4.000 Gold. Hm, Febias, wir sammeln dat für Dings zum Skillen. Rüstungsschmied. Exostar, Dankeschön für den Wii-Sub im 31. Kurt ist der 31er, warum? Du bist der 31er. Ja, ja. Und Darkflame, Dankeschön für den Wii-Sub im 16. Ging, ging und so. Twitch-Rhyme, ließ das. Ananas, bist du in Fortnite? Fortnite. Hab ich vorher schon gesagt, Junge. Ich kann das Gebiet nicht mehr sehen, ehrlich. Jamal, die ganze Zeit auf K. Fortnite, Fortnite. 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 Ich hab einfach Ultra-Instinkt gelernt. Nicht mehr lang, ne? Semba? Das ist Max-Level. Okay. Ich nehm dich gleich wo an, lasst den Junge. Karim ist nur im Ärger. Mila, sag mal was. Nein, nein. Dafür, dass der Bomber am Anfang so süchtig war, hat nachgelassen. Ich hab wieder was verkauft. Sieben Goldstückchen. Ich hab wieder was verkauft. Ja, dann spiel mit dem Fuß. Echte Pro-Gamer von TE spiel noch mit Fuß. Wenn ein Arm schlapp macht. Canyon. Canyon. Wer rennt hier rum? Jamal! Der ist hier gar nicht. Der ist oben. Wovon den Schlapp? Keine Ahnung. Vom Gang-Signs werfen. Fünf gegen Willi? Wer ist denn Willi? Er nennt seinen Dingeling den Willi, Alter. Meiner heißt Pips. Pips ist süß. Ach komm, Alter. Alles überfarmt hier. Macht gar keinen Sinn mehr. Warum sind wir nicht melden? Florian. Keine Ahnung, Alter. Oh. ates WS Wer kommt? Kein Glück, Kein Glück. Kann er nicht fassen, ich fasse fünf Stunden hier im Kreisrundlauf. Mein Leben ist traurig. Ich bin 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 traurig. Du nervst. Ich bin traurig. 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 Was mache ich nur mit meinem Leben, Alter? Nö, ich habe nur unfassbar Hunger. Ehrlich. Hä? Geh mir doch nicht ingame, Alter. Wie? Dann isst doch was. Ja, soll ich meinen Schreibtisch essen oder was? Junge, ich mache dir gleich ein Ei. Wie? Dann nennt man Karma, Junge, Karma. Mach mal Ei, Alter. Ja, wir müssen die Scheiße ja hier fertig kriegen. Genau wie die Leute, die zu Obdachlosen sagen, dann miet doch eine Wohnung. Was für ein dummer Vergleich, Alter. Aber Mann ist von dir nix. Egal. Nein, ich gebe gleich was zu essen machen. Aber Schwester Kuss. Kuss. Aber egal. Kusch oder Kuss, eh beide ist das gleiche. Das gleiche, eigentlich Feierabend haben. Warum? Uwe Nickel? Uwe Nickel? Junge, willst du mir gerade sagen, Alter? Ja, warte, ja. Ich krieg's einen um Dots. Boah, das sag ich dir nicht. Boah, das sag ich dir nicht. Hoffe. Boah, das sag ich dir nicht. Und dann. Deshalb komme ich auch nie zu deinem Football-Spiel, weil du da nie Erfolg hast Oh, das war böse, tut mir leid, Bruder Entschuldigung, wollte nicht so sein Kiss doch dein Herz Kannst du damit jetzt Brot schneiden? Kannst du dir eigentlich mit deinem Fuß selber den Rücken kraulen? Also ich mach das immer beim Film gucken Ja Erwartet auf Schwester Kuscheln lässt sich wieder bekochen So ein verwöhnter Butchi Wo ist Jay Your Food Channel? Ey, da, hallo? Ich darf in der Küche gar nichts machen, Alter Ich hab mir einmal Ich hab einmal irgendein Brot geschnitten oder so, Junge Hab ich schon was auf die Fresse bekommen Weil da kein Brettchen drunter war Ey, du machst das Marmor kaputt Du machst das Marmor kaputt Das ist Stein, wie soll man das abstechen, Alter? Hat nix verstanden, Junge Egal Keine Ahnung, was da ist Marmorplatte da, Kücheplatte Einfach Küche zu für mich Ich muss mich vorher eine Stunde anmelden Bevor ich mich da irgendwas machen will, Alter Ja, den Thermomax habe ich auch nicht anpacken Der steht in so einer Glasvitrine mit 13 Schlössern Fünf Kerzen sind drumherum Die immer brennen Und Mila macht auch nix für mich Die hat mir schon vor zwei Jahren Waffeln versprochen Hier nix kriege ich Hallo Ja, das ist aber egal Wer soll da zwischenlagern so lang? Ja, ist doch gut Als ob wir 162.000 Fiber gefarmt haben jetzt Okay Ich allein habe schon 30.000 jetzt fast gemacht Ihr müsst das mal ausrechnen, Alter Ich glaube, wir zu viel farmen Und dieses blaue Scheiß, Junge Das wird richtig ekelhaft, ne? Ja Oh, wieder Glück, Junge Ja, Mann Jo, ich mache nur die 10k hier voll Wie viel braucht der von dem Brot? Oh, mein Gott Das wird so ein Aufwand, Alter Ja Ja, das wird 20.000 Das ist aber nicht so viel Du musst halt nur die Farmspots abklappern Und das Ding komplett übernehmen Mit fünf, sechs Leuten Hm Stimmt Jetzt wird es das Weil alle wieder rein slacken Und hallo, Holy Oh Was war das denn für ein Voice-Crack, Junge? Das ist ja, das ist mein Sprache Er läuft einfach dann vorbei Dankeschön MDK, viel Spaß beim Essen Lasset ihr gut gehen Und strick doch Ja Keiner sagt dem MDK Tschüss, ja Ich bin echt enttäuscht Hauptsache Tinkerpättchen Clown Ja, das könnte Ja, ja Ich muss essen Keine Zeit Was gibt es denn, Oma? Ich habe auch Hunger Ja Ich bin echt enttäuscht Dass ich mich zurück Das sind zwei Tänke-Pättchen, die jetzt rausgenommen werden dürfen. Mikya Kuma, hallo. Ich hatte eine Frage zu einem anderen Streamer. Darf ich dir die stellen? Wenn ich den kenne? Wenn ich da eine Meinung zu habe? Oh, guck mal, da ist der Walle. Walle! Komm! Geilste Name, Bruder! Und Kupa, dankeschön für den Resub im Vierten. Mit Kekusch Love und Kekusch. Mila, wann kommt eigentlich Mila Puke? 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 Wann kommt Mila Puke-Emote? Puke, das Kotze-Emote. Wann flüsterst du so? Oh mein Gott! Mahlzeit-Cris-Cross. Wisst ihr was, wie es Holle geht? Alles gut bei ihm? Ich glaube schon, der ist, soweit ich weiß, komplett aus dem Internet raus, weil der am Arbeiten ist und Real-Life genießt. Und magst du mit glatt zu Dank für die Resub im 32. Monat? Du brauchst gar nicht pieken, ich seh dich. Grip on. Ja, Mila, du hast dem Dieter wehgetan, ne? Und der Dieter ist von 1975. Das heißt, der ist schon 30 Jahre alt. Du hast dem wehgetan in sein Ohr. Der Dieter ist BVB-Fan, glaube ich. Ich bin Schalke-Fan. Blau-Weiß, ein Leben lang. Stell dir mal vor, du wärst Hertha-Fan. Danke, Alter-Fo-Beats. Ihr seid eine schöne Nummer für 100 Bits. Wieder zwei dicke Bettchen. Aber nur Orange. Keine Waldfrucht. Null der RWE. Geh, mach mal. Rewe hat ein eigenes Fußballteam? Für was farmst du jetzt eigentlich genau? Pass auf. Der Jamal hat den Skill 175 beim Rüstungsschmieden. Und damit der von 175 auf 200 skillen kann, muss der ungefähr 800 Handschuhe herstellen. Und dafür besorgen wir gerade den Stuff. Oh, der ist umgefallen. Was macht der denn? Der ist betrunken. Der hat gar keine Angst vor mir. Du auch. Okay, du hast Glück gehabt. Kannst du auch mal was anderes machen? Wir sehen nicht nur Farben. Das ist nur ein Farmgame. Lass mich kurz überlegen. Nö. Ignoriert einfach dieses Spiel. Wir sind just chatting. Über welche aktuellen Themen möchtet ihr reden? Schlagt das vor. Aber Schrott hat dann auch PvP gemacht. Das ist eine gottverdammte Lüge. Außerdem mache ich auch PvP. Ich habe den Bison gerade seinen drüber gezogen. Wie ist Wetter? Wetter bei uns ist kalt und Herbst. Und ich mag das. I like that. Ich mag es, wenn du Fenster aufmachst und es riecht so nach nach Herbst, weißt du? So St. Martin-Zeit, so. Halloween, so. Voll gut. Ich mag Halloween. Halloween kann ich wieder wie anders sein und muss mein eigenes Leben nicht ertragen. darf ich mich wieder schminken wie eine Hure. Wie Bibi und Tina mit meinem Freund der Magnutsch. Als wir blonde Haare hatten und im Cabrio saßen und alle Männer so und wir so Guck hier, mein Schwanz. Was geht ab Jungs? Mila schminkt mich wieder. Nicht vorhandene Kompetenz von Demba im Football wäre der auch mal gut. Ja, der versucht halt ein bisschen Aufmerksamkeit zu kriegen. Indem er dich so ein bisschen disst. Der weiß nicht mal wie ein Football aussieht. Mein armes Auto. Er ist ausnutzt und dann beschissen. Wer hat die ins Auto geschissen, Safti? Nein, Mila verkleidet mich manchmal ins Baby und dann steckt die mich in so einen Kinderwagen. Der Kinderwagen ist aber verstärkt. Herr, wir ziehenate mich Wie geht es? das eine Durchsage.